Apple hat die Apple Intelligence vorgestellt. Das war sicherlich das Highlight der Keynote der Weltentwickler-Konferenz WWDC. Aber es gab ja auch bei den weiteren Betriebssystemen noch einiges zu berichten. Das wollen wir jetzt mal haarklein auseinandernehmen in dieser Folge 74 des Mac & i Podcasts. Ja, und damit herzlich willkommen. Apple Intelligence auf der einen Seite, Leo Intelligence auf der anderen Seite. Gefällt mir, glaube ich, im Moment fast besser. Hallo Leo, grüß dich. Hi Malte. Hallo Malte Kirchner. In die USA geht mein Gruß an dich. Meine verlaute Apple Intelligence hat meine Kamera hier eben unscharf gestellt und war nicht clever genug, sich wieder zurückzustellen, weil da offensichtlich noch kein KI-Modell in dieser Kamera existiert. Aber jetzt bin ich, glaube ich, zumindest wieder scharf. Und dann schauen wir mal, wie viel Intelligentes jetzt aus uns herausfällt. Ja, es ist ja tatsächlich eine ereignisreiche Keynote gewesen. Fast zwei Stunden hat sie gedauert. Ich habe sie ja hier vor Ort im Apple Park mitverfolgen können und auch so das Ganze drumherum. Da sprechen wir dann auch, denke ich, noch mal darüber, wie das hier vor Ort war. Ich meine, der Film war ja der gleiche. Uns wurde kein anderer Film gezeigt. Das ist schon eine gute Nachricht. Wer weiß, wer weiß. Ja, stimmt. Ich muss mir den noch mal runterladen für den Rückflug. Dann kann ich das noch mal direkt vergleichen. Ja, also ich kann ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es ist ja tatsächlich so, dass das Video wird ja hier im Apple Park gezeigt, auch auf dem Großleinwand. Wobei das immer schon eine ziemlich eindrückliche Erfahrung ist, alleine mit dem Soundsystem und eben der Größe dieser Leinwand. Und dann sind ja dann unzählige Developer da vor Ort, die ja eingeladen werden zu dieser Entwicklerkonferenz, die sich ja bewerben konnten. Und Medienvertreter aus aller Welt. Aber wir sind ja nicht hier, um uns ein Video anzugucken, sondern tatsächlich ist es ja das, was dann folgt. Es gibt dann Briefings. Es gibt eben die Möglichkeit, ja auch mal mit Apple Mitarbeitern so rum dann ins Gespräch zu kommen. Und ja, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Das Hauptthema allerdings, Apple Intelligence, da hat Apple den Spannungsbogen ja ziemlich hoch gefasst. Also ich weiß nicht, wie dir das ging. So eine Stunde mussten wir ja warten darauf, dass das Thema dann mal kam. War schon krass, oder? Ja, zumal sie ja ziemlich durchgängig davor versucht haben, das Wort KI oder AI gar nicht zu erwähnen, sondern immer nur auf diese anderen Funktionen eingegangen sind und so da drumherum praktisch erzählt haben. Und eigentlich schon klar war, dass da in dieser Geschichte so große Lücken waren und diese eine große Lücke halt in Form dieser KI-Modelle dann gefüllt wird, die offensichtlich sie an den Schluss packen wollten, als ja doch letztlich natürlich, war ja, ich habe es nicht nachgemessen zeitlich, aber ich glaube, es war schon mit der größte Part der ganzen Keynote dann wahrscheinlich gewesen. Ja, es war interessant, dass ja immer mal wieder so Machine Learning dann fiel als Stichwort und ich habe mich auch gefragt, ob diese Gerüchte, die im Vorfeld wurde ja schon gerüchtet, dass es ja eben Apple Intelligence heißen soll, ob das vielleicht dann nur eine Ente war und Apple weiterhin dann an diesem Machine Learning Vokabular klammert, aber das haben sie dann ja nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, das war ja das Interessante, dass sie zumindest für den englischsprachigen Sprachraum ja nun diese Abkürzung AI nehmen und definieren die einfach mal neu. So der Anspruch ist ja, vergesst, was ihr bislang über AI meintet, was dahinter steckt, dass die neue Definition lautet Apple Intelligence. Und ich sage mal, das ist ja schon mal ein Statement, da so reinzugehen in so ein Hype-Thema und zu sagen, so AI, da gibt es eine neue Bezeichnung für. Es ist vor allem interessant, dass sie es wirklich ihren Markennamen dafür verwenden, weil wenn sich halt die Apple Intelligence als nicht allzu intelligent herausstellt, dann ist das natürlich sehr stark einfach mit der Marke verknüpft. Und das empfinde ich schon als relativ großes Risikospiel, als die Gerüchte über diesen Begriff Apple Intelligence aufkamen, was ja relativ kurz war. Und da muss man ja sagen, Mark Gurman von Bloomberg, der hatte ja offensichtlich die Keynote, in Anführungszeichen, irgendjemand hatte dem mehr oder weniger die Keynote gesteckt oder was halt in diesem Video vorkommt. Also der hatte ja wirklich einmal mehr sehr, sehr treffsicher Sachen da gewusst im Vorfeld. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht nennen sie das intern Apple Intelligence, aber dass sie wirklich das als Markennamen auch nach außen tragen und wirklich super prominent ja an allen Ecken und Enden jetzt auch platzieren, hat mich dann doch auch erstaunt. Und ja, nun muss halt die Apple Intelligence bald zeigen. Noch kann man sie ja nicht testen, im Unterschied zu den ersten Betas von den Betriebssystemen, wo es halt noch nicht integriert ist. Da muss die Apple Intelligence halt in Zukunft zeigen, was sie letztlich kann. Und ich vermute, wir werden da auch einige Pannen wahrscheinlich erleben in Kürze. Das geht fast gar nicht anders. Ja, ich denke auch, das lässt sich nicht vermeiden. Und vor allem ist es natürlich so, dass ja jetzt auch alle, die dann Zugriff nehmen werden auf diese Apple Intelligence, es darauf anlegen werden, ja gerade erst mal zu schauen, was kann sie eben nicht oder was kann sie, was man nicht möchte. Sprich Halluzinationen. Und das ist ja auch die große Frage gewesen, wie geht Apple eigentlich mit diesem für sie recht großen Kontrollverlust um, der ihnen da ja droht. Ich meine, Siri war ja bislang eben so, weil Apple auch so kontrolliert ist, weil Apple wahrscheinlich alles geskriptet hat, was Siri auswirft an Antworten. Und da konnte ja so ein Blödsinn, wie wir ihn teilweise in Chat-GPT und anderen generativen KIs schon erlebt haben, ja niemals passieren. Also es waren höchstens unfreiwillige Absurditäten, dass Siri halt alles falsch verstanden hat und die falsche Antwort auf die richtige Frage gegeben hat oder so. Aber es war ja nie so, dass sie jetzt irgendwie, ja, übelste Szenarien konstruiert hat oder auch, sag ich mal, manchmal grenzwertiges Zeug eben abgesondert hat, so wie wir das mit den KI-Chatbots gesehen haben. Das ist die spannende Frage natürlich jetzt. Ich meine, Apple, und da gehen sie ja sehr klug vor, finde ich, oder mal schauen, ob es klug ist, so rum besser. Also sie haben ja eigene Sprachmodelle, die werden ja viele dieser Funktionen ja antreiben, die sie da gezeigt haben. Und auf der anderen Seite haben sie ja diese Integration zu Chat-GPT gewählt. Ich sage mal, Chat-GPT kommt zum Einsatz, wenn es wild wird. Also wenn du einen Text zum Beispiel jetzt komplett erzeugen lassen möchtest mit einem hohen Halluzinationsrisiko, dann sagen sie, kannst du ja Chat-GPT nutzen. Das ist sehr komfortabel, nicht mehr über eine dritte App. Aber es gibt dann wohl auch künftig einen großen Splash-Screen, so wie wir ihn ja kennen zum Beispiel bei Käufen außerhalb des App-Stores, wo dann gesagt wird, ja, jetzt betrittst du aber das gefährliche Land. Also jetzt haben wir mit Apple Intelligence da nichts mehr mit zu tun. Genau. Und natürlich wird auch ein große oder naja, große, kleine kann man drüber diskutieren, aber es wird auf jeden Fall der Hinweis, den ja auch OpenAI selbst in seinen Apps natürlich einblendet, wird in ähnlicher Form auch dann zum Beispiel in Siri erscheinen oder wo auch immer dann eben die Antworten von Chat-GPT ausgeliefert werden und halt markiert sein als, Achtung, könnte irgendwie Falschinformationen enthalten oder wichtige Informationen lieber prüfen oder sowas in der Art. Also ja, ich meine, diese Hinweise kennen wir ja von den anderen KI-Anbietern längst. Ich weiß nicht genau, ob Leute das wirklich bewusst sehen, noch diese Warnhinweise oder ob die einfach so ein bisschen wie mit den Zigarettenpackungen, wo dann die Warnhinweise immer größer wurden und du irgendwann irgendwie so ganz furchtbare Bilder draufkleben musstest, dass Leute verstehen, okay, da ist vielleicht irgendwas nicht so gut. Aber ja, mal sehen, ob das mit KI da irgendwie, ich wollte da keine Zigarettenvergleiche zu KI ziehen. Aber wer weiß, wo wir da mit diesem Problem hinkommen. Nun haben wir... Ja, du sprichst da aber eigentlich ein ganz wichtiges Stichwort an, weil das habe ich mich halt auch gefragt, wie groß ist denn eigentlich dieses Gefahrenbewusstsein? Apple spielt ja sehr die Karte, dass sie jetzt eben diese Gefahren mit ihrem Ansatz ausmerzen wollen. Sie wollen KI liefern, die nicht halluziniert beziehungsweise eben sehr kontrolliert ist. Und auf der anderen Seite dieses Thema Datenschutz, wo ich mich halt auch frage in dieser ganzen KI-Euphorie, da sind ja schon ziemlich viele Hemmungen gefallen und ziemlich viel Problembewusstsein ist abhandengekommen, was die Frage angeht, in welchem Maße man persönliche Daten herausgibt und zentral speichert. Und Apple appelliert ja nun an diese Gefühle, will ja nun das mit ihrem Ansatz aufgreifen und sagen, wir machen es sicherer. Aber wie siehst du das? Ist der Zug vielleicht nicht ein Stück weit auch schon abgefahren? Also haben die Leute sich nicht schon zu sehr daran gewöhnt, dass man eben Microsoft, OpenAI, Google den ganzen Kram ausliefert und dafür halt natürlich dann auch nützliche Ergebnisse bekommt? Und vielleicht. Also es ist, das ist ja tatsächlich, der Kontrollverlust ist praktisch nicht nur auf Apples Seite mit dem Wagnis, was jetzt auch immer diese Modelle dann an Inhalten ausspucken werden, sondern der Kontrollverlust ist natürlich auch auf uns, auf unserer Seite der Nutzer. Weil in Apples jetzt gewählten, gemischten Modell ist es ja nun einfach so, dass die ganz offensichtlich es nicht oder einfach technisch wir noch nicht so weit sind, dass diese lokal auf den Geräten laufenden Modelle halt groß genug sind, um wirklich alles abzudecken, was man im Moment so abdecken möchte. Und deshalb hat halt Apple auch, auch Apple diesen, also ich meine, andere haben gleich den Cloud-Ansatz gemählt und Apple wählt halt, also und gehen jetzt teilweise natürlich auch auf Hardware, soweit halt Hardware vorhanden ist mit kleineren Modellen. Und Apple macht es praktisch umgekehrt, versucht halt möglichst viel irgendwie auf das Gerät, auf dem Gerät zu machen, auf dem Gerät zu rechnen, aber geht auch ganz klar davon aus, dass zumindest ein Teil der Anfragen und damit der Daten auch halt cloudseitig auf Apple zu arbeiten, jetzt mal, das läuft noch unabhängig von Chat-GPT, in Apples Rechenzentren gerechnet, berechnet beantwortet wird und dann die Daten wieder zurückkommen. Und da weiß ich noch nicht so recht, wie sehr ich als Nutzer praktisch Einblick in diesen Moment habe, in dem meine Daten, wo werden diese Daten jetzt verarbeitet? Passiert das dann auf dem Gerät? Sehe ich, wenn das plötzlich in die Cloud wandert oder sehe ich das nicht? Kriege ich dafür einen Hinweis? Das ist ja jetzt ein bisschen auch bei Siri so. Siri war natürlich anfangs praktisch rein in der Cloud und dann hat Apple ja immer mehr Funktionen auch lokal auf dem Gerät möglich gemacht, sodass halt bestimmte Funktionen einfach funktionieren, ohne Internetverbindung. Aber man weiß ja, wenn die Internetverbindung da ist, weiß ich nicht so recht, wann Siri anfängt, mit Apple-Servern zu sprechen. Also ich meine, spricht wahrscheinlich meistens oder immer mit Apple-Servern, wenn halt eine Verbindung da ist, um halt irgendwas abzugleichen. Aber das ist jetzt bei dieser Form von tiefer Integration von KI-Modellen natürlich in das komplette Betriebssystem, heißt das, dass wir als Nutzer eben so ein bisschen auch diese Kontrolle darüber verlieren könnten, wo unsere Daten eigentlich gerade sind. Und Apple hat natürlich ein großes Versprechen darum gebastelt, mit den zwei Pfeilern zu sagen, wir bekommen zwar diese Daten, weil wir müssen sie verarbeiten für diese KI-Funktionen, aber die Daten werden auf keinen Fall gespeichert, was ein extrem wichtiger Bestandteil natürlich ist, ein extrem wichtiges Versprechen. Und die Daten werden auch auf keinen Fall so verarbeitet, dass sie in irgendeiner Form von uns oder einem Mitarbeiter oder irgendjemand in einem Serverraum oder auch einem Angreifer, der irgendwie es schafft, in diesen Serverraum vorzustoßen, theoretisch zumindest ausgelesen oder abgegriffen werden können. Und plus das zusätzliche Versprechen, dass zumindest Teile dieses Cloud-Konstrukts, was sie sich da ausgedacht haben, jetzt auch dann von externen Sicherheitsforschern überprüft werden soll und kann. Wie weit das dann genau geht und auf was die genau zugreifen können, das muss man alles mal sehen und wie das funktioniert mit dieser Prüfung. Aber Apple hat auf jeden Fall ein sehr solides Versprechen dort abgegeben. Aber am Schluss muss ich natürlich trotzdem, hilft es halt nichts, ich muss dem vertrauen und darauf vertrauen, dass meine Daten relativ sicher da gehandhabt werden. Und trotzdem habe ich den Kontrollverlust eigentlich inklusive. Ja, und es stellt sich in der Folge auch die Frage, wie auf der einen Seite dieser persönliche Kontext, den Apple ja mal wieder herausgehoben hat, wie man den herstellen, verlässlich herstellen möchte und auch auf Dauer, sage ich mal, halten kann. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du dieses sehr starke Datenschutzversprechen, was jetzt dann die Cloud angeht. Also die lokale Verarbeitung auf dem Gerät hat natürlich einen größeren Zugriff auf eben persönliche Daten des Nutzers und soll diese ja verwenden. Aber wir wissen ja eben auch, das ist ja die halbe Miete, die Verarbeitung. Die andere Miete sind ja tatsächlich die Lernmodelle und das stete an, weiter trainieren auch. Also GPT ist ja auch deshalb besser geworden, weil es immer besser trainiert wurde mit den verschiedenen Generationen. Und jetzt zuletzt mit GPT-4O. Mir ist noch nicht so ganz klar, Apple sagt, sie kaufen diese Daten ja ein. Sie haben Daten genommen aus dem öffentlichen Web, was auch gewisse Fragezeichen aufwirft. Ich meine, sie sagen ja, per Opt-out kann man sich dann da rausstehlen. Erstens mal konnte bislang ja noch gar keiner Opt-out machen, weil wir gar nicht wussten, dass Apple das überhaupt antrainiert hat. Das finde ich auch schon etwas, so diese Verkehrung des Prinzips. Jetzt ist ja erst mal was da und jetzt müssen alle tätig werden, wovon sie noch gar nicht wussten, dass Apple einfach ihre Daten genommen hat aus dem öffentlichen Web. Das ist das eine. Zum anderen haben sie ja Inhalte lizenziert. Aber wir wissen ja eben auch, dass diese lizenzierten Inhalte jetzt eher unpersönlicher Natur sind. Also sie werden jetzt nicht unbedingt jetzt den persönlichen Kontext stärken oder das Verständnis für den persönlichen Kontext. Also ich bin auf Strecke schon neugierig, wie gut ihnen das gelingt, mit den Mitbewerbern Schritt zu halten, die ja eben einen ganz anderen Anspruch nehmen auf eben diese Daten, die die Nutzer ihnen geben, weil sie eben sagen, die sind auch für uns eine gewisse Essenz, um uns weiter zu verbessern. Und Apple hält sich das vom Leib und will das irgendwie auf anderen Wege hinkriegen. Wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass Apples Ansatz dann so löblich er ja ist. Ich meine, er ist sehr nutzerfreundlich, aber er ist eben auch technologisch eine echte Herausforderung. Sie machen es sich selber ziemlich schwer damit. Und da bin ich dann mal gespannt, wie gut das gelingt. Auf der anderen Seite ist halt die Chance da, dass sie wirklich diesen Berg an sehr intimen Daten halt lokal benutzen können, den eben das iPhone einfach automatisch mitsammelt in unserem Alltag. Also diese Geschichten, die ja jetzt schon vorhanden sind, mit wann fahre ich zur Arbeit. Und wie, ja, also fahre ich immer montags um 8 Uhr zur Arbeit, von montags bis freitags. Und dann halt kriege ich die Prognose, okay, es dauert jetzt so und so lang. Wahrscheinlich, wenn du mit dem Auto fährst. Und diese Geschichten sind natürlich, das sind ja Daten, die tatsächlich auch, ich meine, die sind natürlich auch relevant, wenn du irgendwie eine riesen Werbebude bist und da irgendwie Daten analysieren willst. Aber für die KI-Modelle ist es ja jetzt per se eigentlich uninteressant, ob ich jetzt montags um 8 Uhr zur Arbeit fahre, sondern da ist der persönliche Kontext für mich wichtig und der ist natürlich wichtig, um mir sinnvolle Funktionen, um mein persönliches Leben, um meinen Alltag halt zu bauen. Also das ist eine gewisse Stärke, die Apple hat, weil diese Form, andere können sich praktisch vielleicht mehr Daten greifen und machen das sicher auch. Aber die Menge an Daten, die halt lokal auf dem iPhone ist, die ist so groß und die ist natürlich auch so schützenswert zugleich, dass man hofft, dass Apple da eben alles tut, um die zu schützen, aber zugleich wir eben die Chance haben, auch tatsächlich Funktionen zu bekommen, die für unser Leben nützlich sind, weil sie eben persönliche Informationen mit einbeziehen können. Ich würde ja sogar, also ich verstehe mich nicht falsch, ich sehe das Tun von Apple da an der Stelle gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass das, was sie da jetzt anstreben, ja sozusagen eine gesellschafts- und netzpolitische Dimension hat, weil sie ja tatsächlich herangehen und sagen, ja, wir erkennen auch als Apple an, wir sind jetzt an der Schwelle zu einer neuen Ära des Computings mit eben den KI-basierten Algorithmen und dem trainierten Wissen, aber wir meinen, das Ganze sollte lokal auf den Geräten stattfinden. Also wir sagen einfach, wir sind ein großer Player und wir können diesen Weg gestalten und wir gestalten ihn anders als die anderen, die jetzt einfach mal losgerannt sind und einfach, sag ich mal, dass das Gut Datenschutz eben mit anderen Augen sehen, die ja sagen, das ist Mittel zum Zweck und bei Apple ist es so ein Heiligtum, was sie wahren wollen. Es ist, sag ich mal, eine interessante Wette auf die Zukunft, ob dieser Apple-Weg sich dann durchsetzen wird oder ob dann die Neigung, du hast vorhin das Nikotin-Beispiel gebracht, ob dann letzten Endes, wenn man erst mal auf den Geschmack gekommen ist und vielleicht auch schon diesen Kontrollverlust für sich so ein bisschen hingenommen hat, dass man dann, ja, vielleicht dann einfach zu sehr diesen Vorteilen erliegt, die eben dieses KI-Phänomen da mit sich bringt und gar nicht mal jetzt Apples Weg unbedingt mitgeht. Wir hatten ja diese Diskussion über Apples, ja doch in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen praktizierte Datensparsamkeit und ob die von Nachteil für Apple als Konzern, als Unternehmen ist. Diese Diskussion hatten wir ja immer wieder in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren vielleicht schon, also immer wieder, wenn es um den Aufbau von Cloud-Diensten überhaupt ging, wenn es natürlich um Siri ging im Laufe der Jahre und da schwang natürlich immer mit, so ein bisschen auch aus Investoren und Wall-Street-Ecke, schwang halt immer mit, ja gut, die anderen, die können halt super viele Daten sammeln und können das analysieren und können da Geschäftsmodelle drumherum bauen und Apple macht halt nichts mit den Daten und gerät dann halt ins Hintertreffen oder kann die praktisch nicht zu Geld machen, nicht monetarisieren die Daten und plus der technische Faktor, dass du praktisch mit mehr Daten, was ja letztlich Googles Ansatz war, möglichst viele Daten halt zu sammeln, um halt was möglichst Interessantes halt aus diesen Daten auch wieder rauszuholen. Plus natürlich die letztlich zu vermarkten, also als Werbevermarkter natürlich irgendwie Werbung gezielt, ganz banal gezielt auszuliefern. Aber ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich Apple schon so lange und da werden sie sich jetzt natürlich nochmal voll reinbewegen bei KI und es ist, glaube ich, also ich denke, sie haben da auf jeden Fall interessante Chancen mit ihrem Ansatz, wenn sie es halt schaffen, diese Modelle so schnell und konsequent weiterzuentwickeln, ohne halt die volle Breitseite zu fahren, alles abzugreifen. Wenn wir jetzt mal von diesem, wir haben auch mit Inhalten aus dem offenen Web trainiert, Geschichte, die mal kurz ausklammern, weil die geht eigentlich in dieselbe Richtung wie die Ansätze, die wir ja bei den anderen großen Playern auch schon gesehen haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, interessant ist vielleicht auch noch in dem Zusammenhang, das war so mein Eindruck gestern, ich war ja letztes Jahr auch ja schon hier und da hat Apple ja das Zeitalter des räumlichen Computings eröffnet, jetzt haben sie das Zeitalter der künstlichen Intelligenz eröffnet, es ist schon frappierend und auffallend, in welchen Umfang Apple gerade neue, ja, was ist die Mehrzahl von Ära? Ära, hast du keine Ahnung, einleitet. Also auf jeden Fall, dass das eben, dass eben dieser Kurs, wir machen jetzt einfach mal so weiter im Bestehenden, wir optimieren das, ich meine, das haben wir ja am Beispiel der Betriebssysteme gesehen, dieses Evolutionäre hat ja auch eine Rolle gespielt in dieser Keynote, aber dass Apple eben auch diesen Druck sieht von außen und sich dem ja auch irgendwie dann stellt, diese Herausforderung zu sagen, irgendwie brauchen wir jetzt auch, aber so eine neue Vision für die nächsten zehn Jahre und ich möchte fast sagen, dass dieses KI-Thema, was wir gestern gesehen haben, in noch viel deutlicherem Maße das Zeug hat, glaube ich, das Leben aller Nutzer zu verändern als das räumliche Computing-Thema, was ja eher so eine Zukunftsvision ist, bei der wir sehen müssen, in welchem Umfang sie wirklich massentauglich ist. Also im Moment ist es ja echt noch ein Nischenthema, Apple ist angetreten zu sagen, wir machen es zum breiten Thema, aber das ist ja im Moment noch viel weniger spürbar als das KI, wo du echt schon jetzt merkst, in allen Lebensbereichen alles redet über KI, überall werden plötzlich Arbeitsweisen geändert und da ist Apple ja sozusagen mittendrin ja jetzt schon, obwohl sie gerade das anfangen, auch wenn sie sagen, wir gehen jetzt erstmal langsam erste Schritte und das dauert eine ganze Weile, bis auch alle Nutzer da überhaupt mal diese ersten Funktionen bekommen, aber so viel Zeit können sie sich ja eigentlich gar nicht nehmen, finde ich. Also Gas geben ist sicher angebracht und ich vermute, dass sie das im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren auch gemacht haben, weil auch Apple, also man kann, ich glaube, man kann Apple nicht vorwerfen, dass sie in diesem Segment ja gar nichts gemacht hätten, gemacht haben. Sie haben ja sehr viel gemacht drumherum um solche Art von Funktionen, die man jetzt halt als KI-Funktionen verkauft, aber was jetzt besonders generative KI angeht und halt sozusagen die größeren Modelle, das Training von eigenen, von diesen Foundation Models, also so zugrunde liegenden KI-Modellen, das glaube ich, da kann man sagen, okay, da sind sie im Hintertreffen gewesen oder hatten nicht den Fokus drauf bis jetzt, bis sie dann gemerkt haben, da gab es ja jetzt die Geschichte zumindest, dass Apple Software-Chef auch irgendwie mit Co-Pilot gespielt hat, herum am Weihnachtswochenende oder so mit Co-Pilot herumgespielt hat und gemerkt hat, ups, okay, wir müssen alles über den Haufen werfen, weil der weiß natürlich auch, ich meine, das ist ja jemand, der durchaus auch weiß, wie Software und Softwareentwicklung und solche großen Trends funktionieren in der Branche und wenn der sieht, was er halt damit machen kann, dann war da offensichtlich sehr schnell klar, dass da andere Pläne halt über den Haufen geworfen werden mussten und wir werden auch noch zu anderen Betriebssystemen, anderen Apple-Betriebssystemen heute kommen, die offensichtlich etwas unter die Räder geraten sind, weil garantiert der Fokus halt jetzt auf Apple Intelligence definitiv lag und halt überhaupt mal diese Basisfunktionen, Basis-KI-Funktionen in die Betriebssysteme zu bekommen. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal einen Blick zu werfen, was wir eigentlich erwarten können, weil der Witz ist ja, dass Apples Ansatz auf jeden Fall neue Elemente hat, zumindest so, wie sie ihre Mischmodell aus lokal gerechnet und Cloud halt aufsetzen und den Datenschutzanspruch, das Versprechen, was sie da drum gebaut haben, was sie mitbringen, das sind auf jeden Fall viele neue Ansätze, aber was sozusagen die konkreten Funktionen angehen, die ja jetzt auch erst dann so schrittweise ab Herbst halt dann mit iOS 18 und so weiter kommen, da sind ja viele Sachen drin, die durchaus bekannt vorkommen, könnte man sagen, also Transkriptionen von Audio-Geschichten oder auch von Telefonaten kannst du dann auch dir ein Transkript anlegen lassen und Zusammenfassungen und einen Text umschreiben lassen und Rechtschreibkorrektur, das sind alles durchaus nützliche oder teilweise auch sehr nützliche Sachen, aber es ist ja nichts bahnbrechend Neues darunter gewesen oder hattest du etwas, wo du gesagt hast, okay, das wäre jetzt was, was dir als ganz, ganz was anderes ins Auge gesprungen ist? Nein, also es ist ja jetzt nichts dabei, was jetzt so diesen Charakter hat, wie als Open AI zum Beispiel seine Video-KI vorgestellt hat und so sehr weitgehende Gedanken, sondern Apple hat ja den Ansatz gewählt, dass sie tatsächlich Funktionen herausgesucht haben, die sich eigentlich im Alltag vieler schon etabliert haben, also es ist ja schon gelebte Praxis, dass ja Menschen Deep L zum Beispiel nutzen, um ihre Texte Korrektur lesen zu lassen, dass sie Chat-GPT bitten, bestimmte Dinge zusammenzufassen oder eben jetzt Xcode, die Programmierer, die sind schon längst alle dabei und arbeiten mit Co-Pilot und lassen sich dann Code-Fragmente zum Beispiel dann erzeugen, die ihre Probleme lösen. Also das ist ja alles gelebte Praxis und der Unterschied ist eigentlich jetzt erstmal nur der, dass Apple einerseits das in sein System integriert, dass es also ein sehr kurzer Weg ist, es zu nutzen. Zweitens finde ich, dass sie es auf ihre Weise integrieren. Also gerade das Beispiel der Build-KI hat mir sehr imponiert, weil ich persönlich finde Build-KI zwar irgendwie toll, bin aber bislang immer frustriert gewesen, weil ich festgestellt habe, man muss sich mit diesem Prompt-Engineering wirklich ja eigentlich tiefgehend auseinandersetzen, um eben tolle Ergebnisse zu haben. Und meine KI-Bilder, also mittlerweile kann ich es ein bisschen, aber am Anfang war das nur Frust und wenig Lust. Und Apple hat jetzt ja so einen comichaften Ansatz, dass du sozusagen ein paar Schlagworte nennst und dann hast du diese kleinen Bubbles und dann kannst du dann noch Parameter wieder rausnehmen. Also du musst dich nicht mit irgendwelchen Prompts auseinandersetzen, auf gut Deutsch gesagt, sondern du sagst einfach, was du willst und das System nimmt dir eben auch viel ab von diesem Prompt-Engineering. Vielleicht aber auch natürlich nur mit einem eingeschränkten Funktionsspektrum. Also man muss ja sehen, was für Bilder am Ende dann damit tatsächlich möglich sind. Ich glaube nämlich, dass Apple da auch ein paar Grenzen bewusst eingezogen hat. Ja, ich glaube, man wird vor allem sehr schnell an diese Grenzen stoßen, vermute ich. Und es wird sehr begrenzt sein. Also ich, von den Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, war ich nicht sonderlich angetan, muss ich sagen. Also diese Bildchen, die da rausgefallen sind, da ist so, ja, okay, also so gewisse Schmerzen waren da bei mir durchaus zu bemerken. Aber okay, also ich meine, mal so ein kleines Bildchen zu generieren und das dann halt irgendwo in eine Kurznachricht einzubauen, ist sicher ganz lustig. Also ich frage mich halt, ob es dabei halt, ich meine, ja, also dabei allein kann es nicht bleiben, letztlich unterm Strich. Und ich fand natürlich auch, oder davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, dass Apple natürlich diesen Prompt als sehr beunruhigenden und schwieriges Element, dass du halt dir genaue Textbefehle lässt, sich wie auf einer Kommandozeile halt, du musst ja letztlich eine Sprache oder eine Befehlssprache lernen oder wissen, wie diese Modelle irgendwie funktionieren oder ein bestimmtes Modell funktioniert oder nicht wie es funktioniert, aber so ungefähr, worauf es anspringt. Da sind ja Erfahrungswerte mit drin und das ist eine sehr, sehr schwierige Sache eigentlich zu erlernen und das halt einfach wegzuabstrahieren und zu sagen, ja, mach halt so ein paar, das haben sie wirklich schön gemacht von der Bedienoberfläche eigentlich so dieses Konzept mit diesen, du hast ja gerade schon angesprochen mit den verschiedenen Bläschen, die man sich so, also Konzept, so Stichworte praktisch da zusammenpacken kann und dann sich überwählen und solche verschiedenen, ja, Motive dann auszuschreiben, ausgeben kann und man hat ja dann auch nur drei Stile jetzt erstmal zum Start. Da kann vielleicht nicht allzu viel schief gehen, werden wir dann halt sehen, wenn sich dieses System auch mal testen lässt. Ja, ich glaube, sie wollen einfach auf Nummer sicher gehen, dass da eben nicht solche Skandale bei herauskommen, wie eben diese historisch, vermeintlich historischen Bilder, die Dolly war das, glaube ich, erzeugt hat und dann waren da eben dann da schwarze Nazis dann zu sehen und solche Sachen. Das will Apple um jeden Preis vermeiden und deshalb gehen sie da sehr kontrolliert vor. Ich weiß auch gar nicht, ob du jetzt beliebige Personen zum Beispiel verulken kannst mit diesen Bilder erzeugen, also ob das nur mit der Tante geht, die man sowieso schon im Adressbuch hat oder ob man auch jemand Fremdes reinnehmen kann, selbst wenn das aber möglich ist. Du hast es gesagt, ich habe nur verschiedene Stile. Alles sah auch sehr cartoonhaft aus. Ich glaube, dass sie eben auch tunlichst vermeiden werden, so Echtbilder irgendwie zu erzeugen. Ja, aber dann ist halt eben auch schnell die Frage, jetzt mal jenseits diese kleinen Klamauks, ich werde dir natürlich dann auch, wenn das da ist, dann entsprechende Bilder schicken, wo ich dich verulke, Leo. Natürlich, natürlich. Da gehe ich fest von aus. Das habe ich auch deine Sorge. Aber die Frage ist halt, ob das darüber hinaus einen nachhaltigen Nutzen hat und wenn wir mal ehrlich sind, hätten wir uns ja eigentlich eher da etwas erwartet, dass man zum Beispiel in Pages sagen kann, ich lege jetzt ein Dokument an, ich schreibe einen Text und ich brauche irgendwie ein nettes Bild zur Garnierung des Ganzen und das wäre eigentlich ein Use Case, sage ich mal, oder ich mache eine Internetseite und brauche ein Bild dazu. Also das sind ja Use Cases, die ja bleiben und diese Spielereien, ja klar, da lachen wir alle mal drüber, machen wir eine Weile, aber ich weiß nicht, ob ich in drei Jahren jetzt noch weiterhin irgendwelche Kontakte veralbern möchte, indem ich sie dann mit KI dann irgendwie da verwende. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja so, vielleicht fände mir das alle ganz lustig, aber ich bin bei dir. Also es war schon ein sehr konservativer Ansatz, der jetzt erstmal gewählt wurde. Ja, hier bleibt immer als Ausweg wahrscheinlich jetzt erstmal halt Chat-GPT, also auch zur Bildgenerierung kann man dann ja, sie hatten glaube ich dieses Beispiel von dieser Erstell mir ein Gute-Nacht-Märchen oder so für meine so und so alte Tochter und dann mach noch ein Bild dazu, was halt zur Geschichte passt und da wissen wir ja, dass Chat-GPT ist mein Chat-GPT Zungenbrecher, erstaunlicher Zungenbrecher, nachdem man so oft schon in den letzten Monaten Chat-GPT gesagt hat, dass Chat-GPT da ja durchaus solide Ergebnisse bei solchen Aufgaben liefert. Also das ist, das Modell ist sehr gut in der Lage, glaube ich, so ein kleines Märchen zu schreiben und da auch ein bisschen das zu bebildern und das sieht dann auch oft besser aus, als das, was jetzt zumindest ist, was Apple von seinem eigenen Bildgenerierungsmodellen da gezeigt hat. Aber vielleicht sind sie da auch relativ flott und wir sehen halt vielleicht im nächsten Frühjahr oder im nächsten Sommer oder Herbst dann mit iOS 19 vielleicht schon deutlich spannendere Sachen. Die große Einschränkung ist ja im Moment, dass diese ganze Apple Intelligence nur auf bestimmte Geräte kommt und das Komische ist, dass das offensichtlich ja nicht allein darauf fußt, dass eben Sachen lokal und in der Cloud gerechnet werden, sondern also Apple sieht es ja offensichtlich als ein Gesamtpaket und hat halt dann das Ausschlusskriterium getroffen, was vor allem auf dem iPhone sehr hart ist, weil im Moment halt ausschließlich das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max die einzigen beiden iPhones sind, die halt diese Apple Intelligence Funktion halt jetzt zum Start bekommen, bloß das natürlich alle iPhone 16 wahrscheinlich aufwärts, die dann im Herbst kommen, aber halt keine älteren iPhones, zumindest nach derzeitigem Stand nicht. Und auch bei Macs und iPads brauchst du, also vor allem iPads brauchst du halt auch einen M-Chip. Gibt es auch nicht so viele wahrscheinlich auf dem Markt inzwischen. Das ist ja alles, iPads wissen wir, es sind sehr viele alte Geräte im Markt, die dann auch halt all diese KI-Funktionen erstmal nicht bekommen und auch die cloudseitigen KI-Funktionen halt nicht bekommen. Offensichtlich, was ich ein bisschen verwirrend finde, dass sie das, dass sie diese Strategie fahren, aber das scheint, also Apple scheint dieses Apple Intelligence wirklich Ding als ein Paket zu sehen und dann diese Mindestvoraussetzung zu haben, die wahrscheinlich an den Arbeitsspeicher geknüpft ist von den Geräten und da haben sie ja immer geknausert beim Arbeitsspeicher, auch vor allem beim iPhone und jetzt haben wir es halt, dass wir halt diese relativ hohen Systemvoraussetzungen haben. Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich würde ihn noch um den Faktor Sprachunterstützung, Sprachräume ergänzen. Das hat ja auch bei vielen, die jetzt in Europa, in Deutschland, Österreich und Schweiz zugeguckt haben, ja für Frustrationen gesorgt. Wir haben jetzt ja schon gefühlt recht lange gewartet auf Apples Antwort auf diese KI-Themen. Letztes Jahr auf der WWDC wurde ja schon gesagt, schade, das ist eigentlich so wenig zu KI oder eigentlich nicht zu KI dabei, weil jetzt haben wir ein ganzes Jahr gewartet. Jetzt sind Funktionen vorgestellt worden. Selbst im US-amerikanischen Raum werden sie größtenteils später kommen. Sie werden nicht mal im Herbst zur Verfügung stehen. Europa hat gar keine Perspektive für die deutsche Sprache. Und dann ist es noch so, dass dann die Geräte ja auch noch entsprechend dann ausgestattet sein müssen, wo man ja auch ein bisschen den Verdacht haben kann, dass Apple das gleich wieder ausnutzt zum Upselling, dass sie sagen, ja, nur die neuesten Geräte können das. Du hast es ja zu Recht gesagt, warum betonen sie die großen Vorteile dieser sicheren Cloud, wenn sie dann eben sie älteren Geräten nicht zur Verfügung stellen? Oder vielleicht mal anders gesprochen, vielleicht sagen sie, ja, klar, es ist auch eine Frage der Kalkulation. Natürlich wird es enorme Computing-Power dann auch brauchen in der Cloud. Aber man könnte ja zumindest Besitzern älterer Geräte so im Interesse der Nachhaltigkeit anbieten, dass sie eben gegen ein kleines Abo oder so eben zumindest auf diese Cloud-Fähigkeiten Zugriff nehmen können. Dann kann Apple sich refinanzieren an der Stelle. Sie können auch noch ein bisschen Geld damit einnehmen, vielleicht sogar. und es hätte eben den Vorteil, dass ältere Geräte da jetzt dann eben noch im Rennen bleiben. Und es ist natürlich ja auch so, dass die Leute ja, zumindest die, die KI interessiert sind, ja festgestellt haben, hey, ich kann ja die Chat-GPT-App auch auf meinem iPhone ja schon wunderbar benutzen. Also warum wird denn da jetzt eigentlich so eine Grenze eingezogen? Natürlich ist das jetzt mit Blick auf das lokale Verarbeiten plausibel, aber ja trotzdem ja nicht mit Blick auf das Cloud-Computing. Das kriegen ja andere auch hin. Ja, es ist vor allem halt natürlich alles kostenlos, jetzt erst mal zumindest angekündigt zum Start. Wissen wir ja natürlich nicht, ob sich das irgendwie in Zukunft auch mal ändert oder der Tag kommt, dass Apple natürlich auch irgendwelche Funktionen oben drauf baut, die dann vielleicht eben doch iCloud Plus oder irgendein Apple One Abo oder was auch immer halt benötigen. Aber im Moment sieht es ja danach aus, als kannst du das auch ohne Einschränkungen kostenlos nutzen. Also du hast nicht irgendwie nach fünf Anfragen ist dann Feierabend oder solche Geschichten, kennen wir ja auch von anderen Anbietern und auch die Anfragen, die du Richtung ChatGPT schicken kannst, scheinen oder zumindest wurde nicht von Begrenzungen gesprochen. Also wir werden dann noch sehen, was im Kleingedruckten auftaucht und wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Aber du kannst es ja ohne, du kannst ChatGPT natürlich auf diesem Weg ohne Account nutzen, wenn du willst, was interessant ist auf jeden Fall, weil ich glaube, ja, also in dieser Form, ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Hintertür gibt, um das zu machen, aber das ist zumindest ein Weg und du wirst auch andererseits, wenn du willst, in der Lage sein, als zahlender ChatGPT-Abonnent natürlich dann doch deinen Account zu hinterlegen, um dann offensichtlich manche Funktionen, die dort dann jetzt Richtung ChatGPT gehen, zu bekommen, die halt dann die kostenlosen Nutzer eben nicht bekommen werden, weil für die kostenlosen Nutzer zahlt ja unterm Strich dann auch Apple, logischerweise wahrscheinlich an Richtung OpenAI. Was sagst du denn zum neuen Siri? Ich meine, die steht ja auch im Mittelpunkt dieser Apple Intelligence, wobei ich finde ja fast, dass Siri gar nicht so die große Rolle gespielt hat, wie manche im Vorfeld vermutet haben. Einige haben ja gesagt, das ganze Thema Intelligence wird an Siri aufgeknüpft. Klar, Siri ist ein elementarer Bestandteil des Ganzen, aber ich fand auch andere Dinge standen auch gut für sich. Die braucht nicht unbedingt Siri, die waren eindrucksvoll genug, aber was ist so dein Eindruck, was hast du mitgenommen von der neuen Siri? Gemischte Gefühle auf jeden Fall, weil bei Siri waren schon zu viele Versprechungen, jetzt wird mit Siri alles besser und jetzt kann Siri diese neuen Sachen und dann hat man am Schluss gemerkt, manches Ja, vieles Nein und klar, so ein Sprach, wir wissen ja, dass diese Sprachmodelle und das weiß man auch, wenn man sich zum Beispiel eben mit Chat-GPT oder mit du kannst ja mit den meisten anderen Sprachmodellen auch in irgendeiner Form schon kommunizieren und du merkst ja da auch, dass die natürlich eben auch, dass die Antworten halt ausspucken, die sie im Text ausspucken und dann packen sie die halt in Sprache und damit hast du ja auch ein Sprachassistenzsystem, was dir halt Fragen beantworten kann und dass das durchaus interessant ist, so eine Konversation zu führen, natürlich man immer noch dasselbe Problem hat, dass halt die Halluzinationen bei den Antworten dazwischen sind und wenn dir dann einer erzählt, ja besuch halt diese Sehenswürdigkeit und dieses Restaurant und da gibt es die Hälfte davon nicht, dann hilft dir das unterm Strich vielleicht auch nicht weiter, außer dass es eventuell lustig ist, solange man halt nicht dann irgendwie eine Reise antritt in der Hoffnung mit dieser Sehenswürdigkeiten, die es nicht gibt zu sehen. Also das, da hat sich Apple natürlich, da werden sie ja auch glaube ich bei Siri vorsichtig weiterhin sein und vor allem die Sprachmodelle dafür nutzen, dass halt Siri ein bisschen flexibler ist, was diese, das haben sie auch mehrfach demonstriert auf der Keynote, was so, wenn du bei der Eingabe holperst und dich korrigierst und dann nochmal umschwenkst und zeig mir das Wetter von diesem Ort, nein von diesem Ort, ach nee von diesem Ort und solche Sachen und so ein bisschen mehr Kontext beinhaltet. Also diese Geschichten, da hoffe ich tatsächlich, dass auch das wird Siri gut tun, weil ja, wenn deine, wenn das, was du, deine Eingabe besser verstanden wird, ist sicher auch schon mal was gewonnen. Die Frage ist dann am Schluss und auch solche Einzelelemente, was halt Siri dann in Apps machen kann, das wird ja so eine schrittweise Sache sein und was wir wahrscheinlich erst 2025 sehen, dass du dann wirklich App-Funktionen steuern kannst, weil da müssen natürlich die Apps angepasst werden und da müssen die Sachen integriert werden und sinnvolle Funktionen und dann kannst du halt vielleicht sagen, dann kommen wir wirklich hoffentlich eines Tages zu dem Punkt, dass du halt zu Siri sagst, mach mein, das Foto ein bisschen, lass die Farben irgendwie ein bisschen, ja, voller wirken oder mach das irgendwie schärf nach oder irgend sowas und du hast halt so einen, so einen sehr komplexen Prozess der Bildnachbearbeitung hast du dann irgendwie mit drei Sätzen mal so kurz nebenbei vielleicht gemacht, bloß verschicke irgendwie das Foto noch irgendwie an Freund XY oder so die Person, die auf dem Foto zu sehen ist. All solche Sachen sind ja denkbar, aber halt wirklich weiterhin absolute Zukunftsmusik. Plus halt nur auf Englisch vorerst. Ja, 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 auch da dann halt dieser Haken aus europäischer Sicht. Also ich muss sagen, was man sicherlich jetzt schon feststellen kann, ist die Optik. Die wird ja so sein, wie sie gezeigt wurde. Die gefällt mir ziemlich gut. Ich finde, dass der Ansatz wirkt ja viel systemnäher als dieses, was wir bislang gesehen haben. Ganz am Anfang war es ja so, dass ja alles unterbrochen wurde. Es wurde sozusagen ein anderer Modus geschaltet und dann kamen Schrifttafeln. Dann gab es ja diesen etwas Pop-up-mäßigeren Ansatz, dass es zumindest dann schon mal in der gleichen Ansicht blieb und jetzt halt, dass Siri dann eben dann diesen Rahmen erhellen lässt. Also ästhetisch sehr schön, aber ich bin genau bei dir, diese Skepsis. Wir haben schon zu viele Versprechen gehört, dass Siri jetzt endlich gut werden soll. Und es wäre ja wirklich großartig, wenn endlich mal man wegkommt davon, dass man die Syntax des Sprachassistenten beherrschen muss, um zum Ziel zu kommen. Also Apple sagt ja auch, dass ja diese Intense API, die ja jetzt ja schon in vielen Apps verbaut ist, dass die ein Fundament sei, aufgrund dessen man eben dann diese Siri sehr schnell, sehr viel besser machen könne. Das glaube ich auch, weil ich glaube, die Schnittstellen sind ja da zu den Apps. Das Problem ist einfach, dass der Nutzer muss halt immer genau die Sprache von Siri sprechen, um diese Schnittstellen überhaupt ansprechen zu können. Und wenn Siri verständnisvoller ist, wenn Siri Kontexte besser erschließen kann, das wäre schon so ein Game Changer im Bereich der Sprachassistenz. Und da muss das gar nicht ein vollwertiger Chatbot sein, sondern das wäre eigentlich schon, ich meine, hart gesagt, das ist eigentlich Siri, wie sie vor zehn Jahren hätte sein müssen, bei dem Anspruch, den man damals formuliert hat. Jetzt dann, finally, würde man das dann erreichen. Ja, aber weiter in die Zukunft gedacht, kommen natürlich dann schon einige Fragen, wie das Ganze dann funktionieren soll oder ob es wirklich so kommt. Naja, mal schauen. Es ist ja lustig, dass Siri zu der Zeitpunkte, als Apple damals die Bude übernommen hat, hatte Siri ja, soweit ich mich erinnere, die hatten ja so ein Konzept von Extensions, wo sich praktisch Apps in Siri reinklinken konnten. Und Apple hat es halt alles rausgeworfen, weil sie sagt, nein, Siri muss halt alles können. Und dieser Anspruch ist halt, der ist halt wirklich, dem muss man sagen, ist einfach haarsträubend gescheitert, weil das war einfach völlig zu viel verlangt und zu viel erwartet und damit auch zu viel Erwartungshaltung bei den Nutzern geweckt. Da wäre es wirklich schlauer gewesen, wahrscheinlich das so klein und peu a peu zu machen. So diese App kann jetzt Restaurantreservierungen oder sowas machen per Siri und so Kleinigkeiten. Und an dem Punkt sind wir jetzt eigentlich wieder zurückgekommen, dass die Apps halt bestimmte Befehlelemente oder Funktionen halt praktisch dem System und damit auch Siri und Apple Intelligence halt mitteilen können und dann der Nutzer halt darüber diese Sachen ansteuern kann. Die Frage ist halt, genauso wie bei Google halt immer dieses, die Problematik mitschwingt, so wird halt generative AI, KI, wird das Googles Geschäftsmodell abgraben und die Suche abgraben sozusagen oder ändern, ist hier so ein bisschen die Frage, ändert das eigentlich die Apps und das App-Ökosystem? Also abstrahiert uns das jetzt langfristig, nicht diesen Herbst und auch nicht Herbst 2025, so, aber auf die nächsten Jahre abstrahiert uns das halt weg von den nativen Apps, die wir so kennen und in vielen Fällen vielleicht auch lieben gelernt haben, weil die machen ja das iPhone nun mal aus. Das ist also ein fantastisches App-Ökosystem, was halt da ist und was in den letzten 15 Jahren halt entstanden ist. Aber wenn du halt irgendwann nur noch mit Siri und irgendwelchen KI-Modellen interagierst, was sind denn diese Apps? Die liefern ja dann nur noch einzelne Funktionen irgendwo zu. Die sind dann wie so ein abstrakter Blob, der sich, da kommen wir gleich noch zu, jetzt sich auch farblich anpassen lässt, farblich wegblenden lässt. Ja, das stimmt. Du wärst als App-Entwickler, wenn man das mal jetzt wirklich weiterdenkt und weiterspinnt, wärst du irgendwann nur noch ein Bereitsteller von Funktionalitäten. Du würdest Funktionen verkaufen und nicht mehr wirkliche Apps. Und die Frage ist halt, ob das so gut funktioniert, wie das mit den Apps jetzt in den letzten 10, 15 Jahren funktioniert hat, einfach als Geschäft. und ob Apple gewillt ist, sich da selber ein Stück weit das Wasser abzugraben, wenn gleichzeitig unklar ist, ob das Neue denn ein so gutes und ebenso lukratives Geschäftsmodell abwirft. Apple hat ja schon versucht, das App-Ecosystem auch auf andere Plattformen zu erweitern. Und am Ende war es immer das iPhone, der iPhone-App-Store, der der lukrativste und mit Abstand größte geblieben ist. Also es hat ja nicht mal funktioniert, jetzt dann irgendwie auf die Watch und auf andere Geräte das 1 zu 1 zu kopieren. Das funktionierte nicht, weil das iPhone da einfach einzigartig ist. Ich frage mich das auch und Apple zeigt ja auch, dass sie in der Vergangenheit sehr behutsame Funktionen außerhalb der Apps bereitgestellt haben. Nimm nur mal die Widgets. Wie zaghaft sind sie an das Thema Widgets kann man auch von außen steuern herangegangen. Sie haben erst mal nur bei der Neuerfindung der Widgets dann reine Anguck-Widgets dann da gebracht und haben dann Smart Home-Apps ihrer Funktionalität ja dann beraubt, die vorher Widgets hatten, wo du eben dann auch Schalter drücken konntest. Das haben sie mittlerweile wiedergebracht und ich glaube, es hat dem App-Ecosystem auch nicht geschadet. Aber es zeigt ja so ein bisschen, dass man bei Apple schon sieht, man will nicht zu sehr diese Funktionen aus den Apps rausholen. Und ja, mit reiner Sprachassistenz könnte das ja durchaus aber ja denkbar sein, dass man eben gar nicht mehr diesen Umweg gehen muss. Es wird auf jeden Fall eine Gratwanderung, weil auf der anderen Seite ja auch, um Apple Intelligence oder diese KI, um Apples KI-Modelle gut funktionieren zu lassen, müssen ja auch Apps und Entwickler damit sich praktisch dafür zu einem gewissen Grad öffnen oder ihren Datensatz dafür öffnen, weil damit halt diese Daten natürlich auch in diese KI-Funktionen einfließen können, weil sonst sind wir ja am Schluss an dem Punkt, dann kann ich zwar fragen, ja, was Apple auch gezeigt hat, irgendwie, wie hieß nochmal der Podcast, den mir Tom als Empfehlung geschickt hat oder sowas. Und das kann dann diese, die KI-Modelle können diesen Podcast-Empfehlungen, können die dann finden, aber nur, wenn die dir zum Beispiel in Apple-Nachrichten per iMessage geschickt wurde und nicht, wenn dir diese Mitteilung per WhatsApp halt geschickt wurde und all diese Geschichten, da werden wir glaube ich so viele Knack- und Knarz-Punkte sehen in den nächsten Monaten noch, bis das halt mal so weit ist, dass das wirklich funktioniert, weil wenn, ich meine, wir haben jetzt zwei Episoden hier vom Mac & i Podcast über Apples Standard-Apps gemacht, aber man muss ja auch sagen, viele Nutzer benutzen eben nicht Apple-Mail und nicht Apple-Nachrichten, sondern halt WhatsApp und Mail-Client XYZ, also das musst du ja alles unter einen Hut am Schluss bekommen und das ist glaube ich auch mit einer der großen Herausforderungen. Ja, jetzt haben wir tatsächlich schon eine Dreiviertelstunde auf das Thema verwendet, Apple Intelligence, aber es war ja auch das Aushängeschild, ja, dieser WWDC. Es ist einfach der Kernpunkt und der ist ja auch, ist ja zumindest, was iOS und iPadOS und macOS angeht, ist es ja auch der Hauptpunkt der Neuerungen, die jetzt für die nächsten Monate auf dem Plan und auf dem Paket stehen. Aber ein guter Zeitpunkt, um natürlich auch mal zu anderen Neuerungen, weil es ist nicht alles nur KI, wenn man auch sagen muss, sehr vieles und es wird auch nicht alle erfreuen. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir hier auch unter den Zuhörenden wirklich Leute haben, die sagen, eigentlich so richtig, also ich freue mich da eigentlich nicht so richtig drauf. Eigentlich will ich nicht, dass meine Daten irgendwie so von diesen Sprachmodellen durchforstet werden und dass da irgendwie dieser semantische Index gebildet wird mit diesen Daten und dass ich dann, wir wissen noch nicht, was so Opt-in, Opt-out angeht, wie aktiviere ich diese Geschichten, kann ich das irgendwie beim Einrichtungsassistenten fragt er mich, willst du Apple Intelligence aktivieren? Ja, nein, wir wissen es nicht. Werden wir vielleicht in der Beta-Phase noch sehen oder vielleicht wird auch Apple sich dazu noch mal klarer positionieren. Aber also ich merke schon, dass durchaus nicht jeder so gerne in diese allumfassende KI-Zukunft geschubst wird, die halt plötzlich halt an allen Ecken und Enden dieser Betriebssysteme einfach dann auftaucht. Jetzt konnte man das ja, wenn man wollte, noch zur Seite schieben. Das wird nur noch begrenzt möglich sein. Ja, und es ist ja auch die Frage, wenn du sowas richtig lebst. Also Apple sagte ja auch, John John Andrea, der KI-Chef, sagte in diesem Talk, der dann am Nachmittag des WWDC-Kinotages stattfand, dass das ja eben nicht ein taktischer Schachzug ist, von Apple jetzt auf das KI-Pferd zu setzen, sondern dass man ja wirklich daran arbeitet, es tief in das Betriebssystem einzuarbeiten. Und wir haben ja schon bei vorhergehenden Entwicklungen gesehen, dass auch wenn es Vorbehalte am Anfang gibt, aber wenn die auf eine breite Akzeptanz stoßen und du wie Apple diesen Weg all in gehst, dass es ja irgendwann gar nicht mehr zu vermeiden ist, dass du einfach bestimmte Benutzungsmuster dann voraussetzen musst auch, also dass du dich dem nicht mehr entziehen kannst, dass du im Grunde genommen nur sagen kannst, ich schwöre den Smartphones ab und hole mir wieder so einen alten Handy-Knochen, wenn ich jetzt an dieser vernetzten Zukunft nicht teilhaben möchte. Weil das ist am Ende, das Smartphone selber war ja auch schon so ein Move. Das Smartphone hat ja auch eben in einem ganz anderen Maße eine Grundvernetztheit abverlangt dem Nutzer, damit das Prinzip Smartphone überhaupt funktioniert. Und du hast ja auch nicht an jeder Stelle ein Opt-out, sondern viele Dinge laufen ja im Hintergrund einfach dann auch auf einem Smartphone, die auf einem klassischen früheren Handy halt nicht passiert sind. Also wenn wir tatsächlich am Anfang einer neuen Ära sind, dann wird das sicherlich auch eine Diskussion sein, die zu führen ist. Ich schnappe mir mal diese Opt-out-Möglichkeit als Überleitung zu iOS 18, weil da nämlich eine sehr schöne Opt-out-Möglichkeit neu drin ist, wo man sich fragt, warum sie erst jetzt kommt. Ich bin trotzdem dankbar, dass sie kommt. Und das ist der Zugriff auf das Adressbuch, auf die Kontakte-App oder die Kontakte-Datenbank besser gesagt. Bis jetzt war es ja so, dass man Apps einfach entweder den Zugriff auf das Adressbuch freigeben konnte oder halt nicht freigeben konnte. So eins oder null. Und in Zukunft wird man halt die Möglichkeit haben, auch nur auf ausgewählte Kontakte dann freizugeben und nicht sein ganzes Adressbuch preisgeben zu müssen. Und ich weiß nicht genau, warum das so lange gebraucht hat. Das Versichern komplex. Ich glaube auch, dass es ein komplexeres Problem war, das umzusetzen und zu lösen. Aber wir haben ja gesehen, dass Apple das auch bei den anderen Sachen, wir hatten da ja auch gerade in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, zum Beispiel beim Kalender haben sie es ja gemacht, dass du eben diese viel flexibler freigeben kannst. Bei den Fotos haben sie es schon viel länger gemacht, weil die natürlich auch sehr sensibel sind oft. Und ich bin froh, dass das jetzt mit iOS 18 wir an dem Punkt sind, dass auch das Adressbuch man sehr gezielt halt dann freigeben kann oder einzelne Personen aus dem Adressbuch man dann freigeben kann, wenn man denn möchte und alles andere unter Verschluss behält. Also das ist auf jeden Fall eine schöne, kleine, völlig KI-freie, möge man, mag man hoffen, Neuerung von iOS 18. Der große andere Fokus neben KI ist natürlich die Personalisierung, die ja jetzt auch schon seit, man weiß gar nicht mehr, wann der große Schub anfing, iOS 14, glaube ich, waren es die, der, der Anpassfahre, waren es dann auch die Widgets auf dem Home-Bildschirm, glaube ich, waren so mit die ersten und das ging ja dann so, ist ja so entlang gewabert, dass der Home-Bildschirm halt ein bisschen flexibler wurde, dann wurde der Sperrbildschirm flexibler, dann kamen die Widgets, dann kamen die interaktiven Widgets und all diese verschiedenen Elemente und jetzt haben wir tatsächlich den Schritt und man glaubt auch da eigentlich nicht recht, dass es bis iOS 18 jetzt gedauert hat, dass man zum Beispiel eben Icons auch einfach, ja sagen wir mal, frei platzieren kann oder wenn man die halt alle auf der rechten Seite haben möchte, dann packt man sie halt auf die rechte Seite oder unten, also das war ja bislang einfach nicht möglich und mich hat es jetzt persönlich nie sonderlich gestört, aber es gab ja Leute, die das ernsthaft in den Wahnsinn getrieben hat, weil nicht zu verstehen war, warum man diese, warum man seine Icons nicht einfach frei an irgendeine Stelle legen konnte. Es gab ja die wildesten Winkelzüge, damit das ihm doch ging, dass er eben über die Kurzbefehle-App dann so leere Platzhalter dahin gemacht wurden, überhaupt diese ganze Custom-Icon-Szene, die ja dann da losgegangen ist und hat die App-Icons ausgetauscht. Gut, das ist jetzt noch nicht möglich, es ist immerhin möglich, jetzt sie zu färben, was ja auch schon einige sich gewünscht haben, die eben eine gewisse, ein gewisses Farbmuster haben möchten. Ja, wir sehen hier die Fortschreibung eines Trends, der, wie du ja schon sagst, vor ein paar Jahren sich eingestellt hat, dass Apple abgerückt ist von die Schönheit unseres Produkts, ist eine Einheitlichkeit, hin zu, dass das Produkt ist auch Ausdruck deiner Persönlichkeit. Zwar alles in bestimmten Grenzen, aber eben doch so, dass eben kein iPhone mehr wie das andere ist, wenn du sie nebeneinander legst und jetzt selbst, wenn du sie aufschließt, hast du eben dann sehr unterschiedliche Home-Screens und das setzen sie jetzt fort, diese ganze Entwicklung. Es birgt natürlich immer auch ein bisschen das Risiko A, der Verwechselbarkeit, also diese Home-Screen-Arrangements, die assoziiert man natürlich sehr stark mit Android-Geräten. Jetzt ist Apple da auch unterwegs. Ich finde es aber trotzdem einen sehr konsequenten Weg, weil als sie diese App-Mediathek eingeführt haben, da sind ja diese klassischen Home-Screens ohnehin ja schon ein Stück weit entwertet worden und die letzte größere Änderung war, dass man Ordner eingeführt hat. Also es war eigentlich überfällig, dass sie mal ein bisschen Liebe bekommen und auch tatsächlich ein bisschen schöner gemacht werden können. Ja, absolut. Also ich begrüße den Schritt auch. Es ist eine logische Konsequenz auch der Entwicklung der letzten Jahre und dem nicht Rechnung zu tragen, wäre glaube ich falsch und man kann es auch ignorieren. Also ich finde auch diese Einfärbung, ich fand das, wie sie das gemacht haben und die Farben, auch was Apple davon gezeigt hat und es ist so richtig schick, finde ich es nicht. Ich bin froh über diesen Dunkelmodus, der halt die Icons auch einfärbt. Das finde ich ganz nett so für die abendliche Nutzung. Aber mit diesen komischen Farben, die waren mir nicht ganz geheuer bis jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ändere ich meine Meinung in den nächsten Monaten und im Lauf der Beta-Phase noch. Aber es ist trotzdem was, was ich für gut befinden würde. Das andere, was ich noch für viel besser befinde, ist, dass sie auch das Kontrollzentrum mal wieder angegangen sind. Und eine Sache, die sie gemacht haben, die gab es schon mal in der Vergangenheit vor Ewigkeiten, ist, dass das Kontrollzentrum praktisch über mehrere Seiten geht oder mehrere Ansichten hat, wenn man so will. Das ist jetzt wieder da. Da weiß ich noch nicht so recht, was ich von halten soll, weil es macht es natürlich auch zu einem gewissen Grad komplexer. Aber bringt einem natürlich jetzt diese sehr neue Flexibilität eben, man konnte ja jetzt auch schon natürlich Elemente ins Kontrollzentrum rein, einblenden und ausblenden. Das ging ja schon. Aber es waren alles Apple-Elemente. Und in Zukunft können halt zum ersten Mal halt wirklich Apps von anderen Entwicklern, da sind wir wieder bei den anderen Apps gelandet, sich da halt auch mit reinhängen und sagen, diese Funktion aus meiner App, die kannst du jetzt auch ins Kontroll, die dir wichtig ist, kannst du halt, hoffentlich wichtig ist, ist halt natürlich abhängig jetzt von den Entwicklern, dass die da schöne Sachen bauen und machen und sich ausdenken. Die kann man dann auch im Kontrollzentrum eben ansteuern und das ist natürlich unglaublich nützlich. Das Kontrollzentrum entwickelt sich auf diese Weise ja zu so einer Art zweiten Homescreen. Also auch ein Homescreen, jetzt zwar nicht zum App starten, sondern eben wirklich mit sehr konkreten An- und Ausschaltfunktionen behaftet, aber eben ja schon, es wird viel größer, als es bislang war. Bislang war es ja so eine Art Shortcut zu bestimmten Einstellungen einfach. Du musstest nicht mühsam über die Einstellungen App gehen, sondern konntest dann eben dann das ganz Einfache über das Kontrollzentrum machen. Ich finde diesen Ansatz auch interessant, auch mit den gleichen Fragestellungen, die du dir stellst, Leo. Gleichsam ist es aber so, dass ich festgestellt habe, dieses Kontrollzentrum wuchs ja trotzdem irgendwie schon in der Größe und zwar eben vertikal, dass du eben Elemente hattest, wie zum Beispiel das Lautstärkefeld. Du musstest wissen, dass du dann Deep Press machen kannst und dann hast du einen Reigen von weiteren Einstellungen bekommen. und es lief natürlich Gefahr, unübersichtlich zu werden, weil 3D-Touch lässt grüßen. Du weißt natürlich nicht, was sich in der vertikalen Ebene verbirgt oder ob sich da überhaupt was verbirgt. Dann machst du Deep Presses und es passiert nichts. Diese horizontale Ebene mit, ich kann da jetzt zweiten zwischen verschiedenen Tabs, bietet natürlich die Chance, dass es jetzt erstmal übersichtlicher wird, was ich denn eigentlich an Einstellmöglichkeiten tatsächlich habe, weil Apple jetzt nicht mehr so haushalten muss mit dem wenigen Platz auf der einen Seite. Ja, und man bekommt so flexible Haken an den Rändern der Icons, dass man die praktisch größer und kleiner ziehen kann. Also man hat viel mehr Flexibilität insgesamt das Kontrollzentrum gestalten. Bislang war ja sowieso, der oberste Teil war ja bislang auch fest vorgegeben. Man konnte ja letztlich nur die untere Hälfte anpassen. Also da ist in Zukunft einfach viel mehr Spielraum. Und auch das hat bis iOS 18 gedauert. Man wird tatsächlich auch diese zwei Icons auf dem Sperrbildschirm, nämlich halt die Kamera-App plus die Taschenlampe, die wird man über dieses selbe System, also auch da müssen Dritt-Apps das eben entsprechend unterstützen. Aber man kann dann halt inzwischen, man kann in Zukunft dann mit iOS 18 halt die Kamera-App seiner Wahl halt auf den Sperrbildschirm wirklich legen und nicht über irgendwelche Umwege, Shortcuts und Kurzbefehle und Action-Button, sondern halt wirklich als eine Kamera-App. Und die wird man auch aus dem gesperrten Bildschirm heraus öffnen können, so wie Apples Kamera-App. Das war ja immer der Bonus, den vor allem der Luxus, den Apples Kamera-App hatte, dass das iPhone nicht entsperrt sein musste. Und das wird in Zukunft auch für Dritt-Apps erst zum allerersten Mal möglich. iOS 18. Ja, aber es ist ja löblich, dass es überhaupt jetzt mal passiert und es wertet natürlich diese Apps ja auch auf. Ich glaube, für viele war es auch ein Hemmschuh oder sie haben sich mal solche alternativen Kamera-Apps installiert und sind dann doch immer wieder in der Systemkamera gelandet, einfach weil der Shortcut von Apple besser war. Und jetzt kannst du dann diesen Shortcut eben dort auch für dich legen. Ob es jetzt so ein durchschlagender Erfolg wird, wage ich allerdings zu bezweifeln, weil ich denke da gerade an den Action-Button, der ja auch eben angetreten ist, dir dann eben diesen Shortcut zu bieten. Und was ist davon übrig geblieben? Also wie viele nutzen diesen Action-Button tatsächlich im täglichen Gebrauch? Und wenn ja, nutzen sie ihn denn für etwas anderes als den Mute-Button, der dort sich auch vorher schon befunden hat? Also ich will nicht die Rede führen gegen solche Funktionen. Ich finde es gut, dass den Nutzern das freigestellt wird und dass auch Dritt-App-Entwickler da eben mehr Zugang haben. Was sollte man dagegen haben? Aber ich frage mich, ob in der täglichen Praxis am Ende statistisch nicht dann doch die allermeisten bei dem alten Muster bleiben, was einfach da war. Wahrscheinlich. Zumal man ja gegen Apples Kamera-App auch aussah, dass sie zu viel komplex ist. Sie haben ja auch schon über die in der eigenen Folge gesprochen. Sie versteckt halt ihre Komplexität. Aber ansonsten ist ja die Kamera-App ist ja eigentlich eine schöne App. Und die Taschenlampe, ich finde zum Beispiel die Taschenlampe persönlich auch sehr nützlich und benutze unglaublich oft diesen Shortcut auf dem Sperrbildschirm. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die irgendwie nie diese Taschenlampe brauchen. Also man weiß es ja nicht. Ich meine, Leute sind auch sehr unterschiedlich. Insofern finde ich eben auch, das ist einfach ein wichtiges Element von dieser Personalisierung, dass du halt am Schluss das iPhone dir so anpassen kannst, wie du es dir halt persönlich brauchst und möchtest. Und deshalb gut, gut, dass wir da mit iOS 18 an diesen Punkt kommen. Dann haben wir eine sehr große Änderung einer App, wo ich noch nicht so recht weiß, ob ich allzu glücklich werde. Und die Rede ist von der Fotos-App. Was ist denn da der erste Eindruck von diesem doch ja sehr radikalen Neudesign? Ja, die Reise der Fotos-App, also ich dachte im ersten Moment, als sie das große Redesign angekündigt haben, dass es tatsächlich dann mit KI-Funktionen verknüpft ist. Sprich, dass diese, was sie ja auch gezeigt haben, dass diese Sortieralgorithmen dann eben dir es ermöglichen, sagen wir mal Ballast wie Bildschirmfotos aus dieser Gesamtübersicht rauszunehmen. Das ist sicherlich sehr praktisch und sehr nützlich. Da habe ich auch drauf gewartet. Dieses Redesign zielt aber ja eher auf andere Bereiche ab. Es geht ja eher in die Richtung, dass Apple diesen Aspekt, dass die Fotos-App dich inspirieren soll, dass sie dir zum Beispiel Geschichten um deine Bilder baut mit Musik und so weiter, dass das jetzt eine größere Rolle spielen soll, mehr ein Fokusgerät. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so nützlich oder so beeindruckend ich es finde, wie gut das funktioniert. Also hin und wieder wird einem das ja so, gucke ich mir diese Zusammenstellung mal an und ich staune immer wieder darüber, wie es die Algorithmen hinkennen. A, hinbekommen. A, relevante Ereignisse für mich verlässlich zu erkennen und B, auch Bilder zu zeigen, die auch geeignet sind, also die diese Geschichte gut erzählen und nicht einfach irgendwelche verwackelten Schnappschüsse oder irgendwie so schiefgelaufenes Zeug. Das sehe ich da tatsächlich selten. Trotzdem, trotzdem muss ich dir sagen, das ist nicht mein Hauptverwendungszweck der Fotos-App. Und ich bin auch semi-glücklich damit, dass sich das jetzt mehr in den Fokus rückt. Für mich ist die Frage, habe ich im Zuge dieser Aufbohrung trotzdem noch genug oder sind meine Wege noch kurz genug zu dem, was ich essentiell eigentlich mit dieser Fotos-App betreibe? Sprich, schnell mir mal so die letzten Bilder angucken, vielleicht dann auch nach bestimmten Bildern suchen und sie bearbeiten vor allem. Das ist also mein Hauptverwendungszweck der Fotos-App, dass ich da reingehe und meine Fotografien, die ich gemacht habe, dann nochmal bearbeite. Ich habe sehr negative Einschätzungen zu der Fotos-App schon gelesen, die ich noch nicht ganz teilen kann. Ich verstehe, wo die herkommen und es ist natürlich sehr schwierig, eine auf gewisse Weise ja auch sehr intime App wie die Fotos-App, weil sie halt die eigenen Fotos enthält und weil sie mitunter dann halt eine sehr wichtige und persönliche App halt auch ist. Wenn die geändert wird und da halt auch gewisse gewohnte Abläufe sich dadurch ändern, das kann sehr schnell frustrierend sein. Und sie haben halt jetzt alles praktisch in diese eine Ansicht gepackt, durch die man sich mit verschiedenen Wischgesten halt hin und her navigiert. Also es ist auf jeden Fall eine Umstellung und ich denke, die kann auch jetzt, ich meine, wir haben jetzt erst die erste Beta gesehen, die wird auch noch nicht final in dieser Form sein. Insofern will ich mir selbst mal noch ein bisschen meine Gefühle zu dieser App offen halten, aber die Fotos-App war halt immer ein sehr grandioser, ist und war und ist ein sehr großes, grandioses Element unter diesen Standard-Apps, so siehe unsere zwei anderen Episoden dazu. Und ich hoffe halt, dass sie da auch die Kurve dann bekommen, um die möglichst zu bewahren. Und halt, also man weiß noch nicht so recht, ob mit diesem Neudesign halt was gewonnen ist. Ich glaube, das ist worauf ich hinaus will. Also ist es einfach nur für sich so Selbstzweck, die jetzt mal überarbeiten zu wollen. Schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich wollte jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass ich dagegen bin, wie sich das entwickelt hat. Aber ich habe so gewisse Skepsis. Ich gehe da jetzt nicht euphorisch ran. Das war eigentlich nur so mein Ansatz. Und ich sage mal, die älteren Nutzer sind natürlich auch noch ein bisschen gebranntmarkt von diesem großen Change, den es ja damals gegeben hat, als Apple iPhoto abgeschafft hat und die Fotos jetzt aufgesetzt hat. Und das ja erst mal ein großer Schritt zurück war, was eben auch zum Beispiel Nachbearbeitungsfunktionen angeht. Wir sind ja einen langen Weg mit dieser App gegangen, bis wir sie lieben gelernt haben. Und deshalb fürchtet man natürlich so ein bisschen um sie, wenn jetzt große Änderungen ins Haus stehen. Man hat so das Gefühl, die waren ein bisschen zu populär und zu gut und die Leute waren zuzufrieden. Lass uns mal ein großes Re-Design machen und dann ein großes Desaster und Aufruhr und Aufschrei. Ja, also das nur als kleine Warnung. Mal sehen. Also ich habe noch keine fehlenden Funktionen zumindest jetzt gefunden, was ja auch immer so ein Ärgernis sein kann, wenn natürlich dann Sachen, also es ist einfach, manches ist umsortiert worden, aber man bekommt am Schluss, ich habe zumindest, ist mir noch nichts über den Weg gelaufen, was mir jetzt gefehlt hätte, wo ich gedacht hätte, oh, das war vorher da. Aber man, ja, man muss halt mal sehen, wie wir da durch die Beta-Fause kommen und wie groß der Aufruhr jetzt in der Beta schon ist und ob Apple dann da auch nochmal nachsteuert. Dann haben wir natürlich auch eine Reihe von kleineren Verbesserungen. Das ist natürlich immer so ein Hauptpunkt, gerade bei Betriebssystemen und das sind so nette Kleinigkeiten. Ich glaube, da haben wir lustigerweise auch in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, solche Geschichten, wie halt einfach die Kalendererinnerung, die Erinnerungen, die To-Dos aus der Erinnerungen-App in den Kalender reinzubringen an ihrem Fälligkeitstag, solche kleinen logischen Sachen. Relativ spektakulär finde ich auch, dass man irgendwie Wanderroutenplanung, also eigene Routen, Wanderrouten, Fuß-zu-Fuß-Gerouten in Apple Maps planen kann. Muss man mal sehen, wie gut die Outdoor halt funktionieren. Aber Apple hat da ja auch schon angefangen, so seine Fühler auszustrecken, auch Wege außerhalb so des Straßennetzes halt irgendwie zu kartografieren. Ich habe jetzt damit noch nicht groß rumgespielt, deshalb warte ich mal ab, was da am Schluss für Routen wirklich rausfallen. Aber es ist lustig, dass sie das jetzt tatsächlich mal integriert haben. Ist natürlich dann was, was in der einen oder anderen Form auch auf die Apple Watch kommt. Und in den USA bieten sie halt offizielle Verzeichnis von den offiziellen Trails oder Wanderrouten in den Nationalparks an, was natürlich cool ist. Aber was mir halt, wenn ich in Deutschland wandern gehen will, relativ wenig hilft vorerst. Und ich weiß nicht, wie schnell das international irgendwie ausgebaut wird. Es sind ja viele Kleinigkeiten, die sich jetzt auch wieder verändert haben und wo aber der Nutzwert enorm ist. Also ich persönlich freue mich zum Beispiel sehr auf diese neue Mail-Sortierung in der Inbox, dass ich da jetzt künftig auch unterstütze durch Machine Learning dann eben die Newsletter und die Werbemails, die dann durch den Spam-Filter durchschlüpfen oder eben keinen Spam-Charakter haben, aber trotzdem nur werbenden Charakter haben, dass ich die dann, dass ich die erstmal aus meiner Ansicht rausnehmen kann. Das sind halt so wirklich so, ja, ich meine, das sind halt ein paar Wahlschalter und ein bisschen Sortierung und wir sind bei iOS 18, ja, aber das ist halt schon, glaube ich, das wird den Alltag doch deutlicher verändern als manches andere plakative Feature. Interessant finde ich auch, dass iMessage jetzt Satelliten-Unterstützung bekommt. Vorerst ja nur in den USA, aber sicherlich ja auch, dass das Satelliten-Netzwerk ist ja weltumspannend und wird ja für Notruf-SOS ja auch schon in Deutschland und weiteren Ländern eingesetzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, haben wir so viele Use-Cases dafür, aber es ist irgendwie schön, das zu haben, ne? Ja, also ich gerate immer wieder in die Situation. Ich war jetzt am Wochenende wieder in einem Funkloch und hätte gedacht, das wäre nett, Messaging per Satellit wäre nett gewesen. Man muss sich dann halt irgendwie natürlich nach draußen begeben, weil in Innenräumen kannst du das vergessen. Man braucht ja die Sicht, einen Sichtkontakt schon zum Satelliten und muss da auch so ein bisschen dich bewegen, wenn der Satellit halt weiterzieht. Aber dass das jetzt funktioniert dann mit iOS 18 auch, also dann hoffentlich auch in absehbarer Zeit nach Europa kommt, vor allem halt jetzt irgendwie in die Alpen und solche Regionen, wo du halt wirklich auch in diese Situationen gerätst, da, also ich freue mich da sehr stark drauf, auch wenn das keine Alltagsfunktion für mich ist, die ich brauchen werde. Aber wenn ich, das ist halt immer, genauso wie dieser Notruf-SOS, da kommt man in die Situation, kommt man hoffentlich nie oder möglichst selten. Aber wenn man halt reinkommt, dann braucht man sie halt wirklich. Und dieses Messaging ist einfach so eine nette Komponente, wo du halt denkst, okay, jetzt kann ich einfach eine kurze Nachricht schreiben, die ich sonst halt aus irgendeinem Grund halt hätte nicht schreiben können, weil halt Funkloch ist, weil das WLAN irgendwie kaputt ist vor Ort und all. Es gibt ja immer so einen Berg an Sachen, wo man dann plötzlich doch mal in einem, wirklich in einem Ort landet, an dem man halt einfach kein Netz hat. Was mir immer noch nicht so ganz klar ist, ist die Frage, wie Apple diese Satellitendienste eigentlich auf Strecke monetarisieren will. Also sie haben ja ganz am Anfang immer davon gesprochen, dass das jetzt alles so zwei Jahre in der Beta-Phase ist. Die wurde zwischenzeitlich ja auch mal erweitert. Mittlerweile redet irgendwie keiner mehr über zwei Jahre und eine Testphase. Und auch jetzt bei der Vorstellung dieses Features war ja keine Rede davon, dass das irgendwie Teil eines Paid-Contents ist, sondern dass es einfach da ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das funktionieren kann. Also klar, du hast es ja gesagt, man kann in Notfälle geraten, da möchte man das dann haben. Aber würde man jetzt tatsächlich präventiv eine Summe X pro Monat bezahlen, nur um diese Funktionalität auf Abruf zu haben? Ich glaube, es ist eher wie so ein Pannendienst. Den bezahlst du halt in dem Moment, wenn du ihn brauchst. Also ich wäre eher bereit, dann halt mal 20 Euro zu bezahlen, wenn ich in eine Notlage gerate und nutze Apple Satellitenservice, als dass ich dauerhaft 20 Euro pro Jahr bezahle, um das eben auf Vorrat zu haben. Zumindest in meiner Lebenssituation. Ich bin zu wenig in irgendwelchen Höhlen oder auf Berggipfeln, wo ich gerettet werden muss, sondern bewege mich ja doch zu 99,9 Prozent in Terrain, wo irgendwie andere Notrufmöglichkeiten gegeben sind. Ja, ja. Also ich hoffe und denke auch, dass sie den Notruf spezifisch auf jeden Fall kostenlos lassen werden, auch wenn diese zwei oder drei Jahre dann abgelaufen sind. Das wird ja erst Ende 2025 soweit sein. Aber gerade dieses Messaging über Satellit ist halt eine Gelegenheit, um letztlich einen Bezahlplan oben drauf zu bauen, früher oder später und zu sagen, wir packen das halt in iCloud Plus mit rein oder packen es halt irgendwo mit rein, wo die Leute wenigstens ein paar Euro im Monat halt als Abo zahlen. Da ist es dann halt einfach in dem Paket enthalten. Was auch schon besser ist als viele von den Konkurrenten. Also für solche, für Messaging per Satellit zahlst du normalerweise durchaus schnell stolze Summen. Da wird auch teilweise nach Bytes noch abgerechnet. Das ist eine ganz irre Welt, diese Satellitenkommunikationswelt. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch in Android 15 haben wir schon gesehen, also Google hat ja da auch Ähnliches vor, zumindest betriebssystemseitig. Da wissen wir nicht, wer dann die Hardware da am Schluss baut und wie da so diese Abo-Modelle sein werden. Aber ich finde es ist halt, also ich meine, mich hat schon der Satelliten-Notruf hat mich begeistert und man konnte ja auch über wo ist oder kann immer noch natürlich über wo ist seinen Standort einfach mal so teilen, was auch nett ist. Und es ist halt einfach unglaublich cool, diese, ich nehme mit meinem Telefon Verbindung zu einem Satelliten auf. Ich weiß nicht, ich bin da jedes Mal, ich bin jedes Mal wieder beeindruckt davon. Das ist einfach was, was wirklich, wirklich buchstäblich in der Satellitentechnik ist. Und ja, das Nerd-Herz schlägt natürlich hoch bei solchen Features. und ich finde auch so, die, die in der Umständlichkeit ist zu nutzen, dass du eben dieses ausrichten musst und so weiter, liegt aber auch ein Reiz, weil es einfach so hochgradig faszinierend ist, dass du mit einem kleinen Mobilgerät eben da so ganz weit oben einen Satelliten erreichen kannst und der dann da das tatsächlich weiterleitet. Ja, da bin ich völlig bei dir. Also das hat an seiner technischen Faszination, hat dieses Feature nichts eingebüßt und wird ja jetzt eher noch, glaube ich, in der Lebensrealität oder in der Nutzbarkeit ja noch erhöht, weil iMessaging ist ja jetzt ja nicht so ein Notruf, hast du ja nicht alle Tage, Gott sei Dank, aber eben eine iMessage absetzen kann man ja auch so mal. Ja, ist auf jeden Fall schon spannend. Lass uns vielleicht die Brücke mal schlagen, apropos spannend, zu iPadOS 18. Ja, wie bist du aus der Vorstellung von diesem Betriebssystem herausgegangen, Leo? Ich habe mich inzwischen, glaube ich, schon wieder gefangen und kann da jetzt sehr nüchtern und logisch rangehen, aber es war jetzt, also ich meine, ich hatte meine Erwartungen, weil ich von iPadOS in den letzten Jahren einfach sozusagen regelmäßig enttäuscht wurde, habe ich meine Erwartungen relativ tief geschraubt diesmal. Es gab ja diese irre Idee, die plötzlich entstanden, ist natürlich nach der Einführung der iPad Pro M4-Modelle, die halt ja nun ernsthaft beeindruckend sind, was die Technik und alles angeht, kam ja diese wilde Idee, dass halt Apple irgendein Riesending jetzt mit iPadOS 18 halt hinterher liefert, was jetzt das iPad auf einen Schlag in, ich weiß nicht genau was verwandelt, aber ich meine, manche wollten irgendwie macOS auf dem iPad, andere haben gesagt, nein, wir müssen alle Schwächen von iPadOS ausbügeln, es muss irgendwie ein besseres Betriebssystem werden, nichts davon ist passiert. Also es ist, unterm Stich ist eigentlich gar nichts passiert, es war gut, dass iPadOS irgendwie überhaupt erwähnt wurde, weil sonst hätte man es vielleicht, hätte es vielleicht vergessen, in Vergessenheit geraten können. Also ich meine, es ist auf unserer Liste hier, die wir hier ein bisschen benutzen, um uns entlang zu hangeln, sind letztlich, sind zwei Stichworte drauf und ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen zwei Funktionen, die, also natürlich sind die Neuerungen, die wir jetzt für iOS, oder nicht natürlich, aber die Neuerungen für iOS 18, die wir besprochen haben, die sehen wir natürlich auch in iPadOS und Apple Intelligence ist in iPadOS und all die anderen Sachen, all diese anderen Apps, die halt Apple, die eigenen Apps, die sie verbessern, das kommt alles auch in iPadOS und diesmal haben sie auch mit den Homescreen-Neuerungen zumindest leicht gezogen, sodass die nicht erst wieder 2025 kommen. Ich meine, da hängt die Latte natürlich irgendwo sehr tief an einem gewissen Punkt, wenn man sich darüber dann schon freuen muss und das jetzt, ich meine, iPadOS bekommt einen Taschenrechner, der ganz nett aussieht. Ja. Aber gut. Es heißt, es zeigt letzten Endes, in welchem beklagenswerten Zustand dieses Betriebssystem ist, dass solche Kleinigkeiten nach 18 Versionen jetzt dann für Jubelschreie sorgen, sag ich mal jetzt ganz zynisch. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, kein Fan davon, diese Idee, die ja nach dem London-Event mit den iPads entstanden ist, als irre zu bezeichnen. Es ist traurig, dass wir sie als irre bezeichnen müssen, dass die Frage, wie das iPad gerade im Pro-Bereich sich positioniert, als irre angesehen werden muss. Leider muss sie als solche angesehen werden, weil Apple so überhaupt gar keine Ambitionen dieser neuen Version zeigt, Multitasking und diese anstehenden Fragestellungen irgendwie weiterzudenken. Also das iPad Pro ist für mich ja nach wie vor in Sachen Hardware ein klares Bekenntnis zum iPad, das das Apple da abgegeben hat für die Zukunft. Aber die Software ist es auf der anderen Seite nicht so wirklich. Es ist einfach, sie fahren diese Philosophie weiter. Sehr schön fand ich, also wenn wir auf die Punkte kommen, Taschenrechner, ja, schön, diese Math Notes-Geschichte und diese Handschriftverbesserung, das sind für mich eigentlich so die Lichtblicke, die jetzt da gezeigt wurden, dass sie ja jetzt dem Apple Pencil, der ja genau so eine Zukunftsfrage hatte, jetzt dann doch mal ein bisschen mehr Leben abbringen. Und für mich zum Beispiel ein ganz großes Feature, was mich vielleicht den häufiger benutzen lässt, dass meine unleserliche Handschrift dann irgendwie ein bisschen in Form gegossen wird. Das finde ich wirklich super. Die Idee hinter dieser Handschriftverbesserung finde ich durchaus auch nett. Zumal das ja auch wirklich, also sie lehnen sich da halt in einen sehr legitimen und glaube ich auch sehr beliebten Einsatzbereich des iPads nun mal rein, der halt heißt, ich benutze den Stift, um halt auf dem iPad handschriftlich Notizen, Aufzeichnungen, Konzepte, was auch immer, was man halt gerne wirklich mit Hand und Stift macht, halt das auch voranzubringen. Und da ist schön, dass sie in diese Richtung eingeschlagen haben, um dann noch ein bisschen oder mehr da hinterher sind. Aber das ist halt schade, dass sie sozusagen diesen Pro-Aspekt, was das Betriebssystem angeht und wo das einfach andauernd auf die Nase fällt. Und da muss man auch gar nicht über diese, ich will da gar nicht, diese macOS muss aufs iPad-Debatte aufmachen, aber wirklich iPadOS, ist das halt irgendwie was Multitasking und mehrere Fenster-Handling und Stage-Manager, die ganze Einschränkung mit deinen vier Fensterchen, die du da rumschieben kannst. Das ist halt, auf der Hardware ist es halt ernsthaft lächerlich. Ich meine, das ist ja wirklich die einzige Hardware im Line-Up mit diesem Art von Display, die sie haben, mit dem M4-Chip. Und du kannst halt, ich meine, du kannst halt deine Final Cut-Videos nicht exportieren, wenn du irgendwie die App wechselst. Das kann halt, das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht richtig. Was heißt, es ist nicht richtig? Es ist halt enttäuschend, weil das so viel Potenzial ist, was da einfach irgendwie verpufft. Und dafür ist es ja auch, ich meine, wenn man sich das iPad Pro halt ein bisschen konfiguriert, landet man ja einfach in Preisdimensionen, die wild sind. Und dann kannst du dir auch einen Weg kaufen und dann kannst du dir sogar eine Vision Pro kaufen. Aber Apple kann mir nicht erzählen, dass sie keine Idee haben, wie man zum Beispiel macOS-Apps effektiv und ästhetisch auf einem iPad auch integrieren könnte. Also guck dir an, wir haben jetzt, wir sprechen gleich über macOS, wo es ja möglich ist, das iPhone wiederum fernzusteuern vom Mac aus. Also da wird eine Brücke geschlagen an der Stelle. Und ich möchte behaupten, keiner hat danach gerufen, jetzt ganz laut. Aber beim iPad, wo wirklich die Forderung laut war, jetzt müssen wir noch irgendwie mal dahin kommen, dass diejenigen, die sich das wirklich als MacBook-Alternative konfigurieren, und dass die ein bisschen näher rankommen an die Möglichkeiten und bestimmte Workflows da abbilden können. Ja, und nichts dergleichen passiert. Man muss das einfach so zur Kenntnis nehmen und ich glaube, der Zug ist auch inzwischen jetzt nach 18 Versionen abgefahren. Also ich glaube, das iPad, die Philosophie des iPads ist halt einfach die, dass es eben auch im Pro-Bereich so ist, wie es ist und nicht unbedingt mehr sich in naher Zukunft jetzt groß verändern wird, dass wir doch stärker eben hinkommen, was die Möglichkeiten des Macs angeht. Was vielleicht auch ein bisschen Wirtschaftsförderung für den Mac ist. Dass einfach gesagt wird, wer das volle, flexible Instrumentarium braucht und möchte, ist halt auf dem Mac zu Hause. Und zumindest für mich ist das auch in Ordnung. Ja, es ist halt nur schwierig, glaube ich, für Apple in der Frage, wie sie Pro-Geräte in Zukunft dann absetzen wollen beim iPad dann. Weil, ja, wer ist der Adressat jetzt genau? Ja, unterm Strich passiert, also ich meine, entweder brechen halt die Verkäufe von den Pro-Geräten weg und Apple lenkt da ein oder sie brechen halt nicht weg, weil offensichtlich doch genug Leute, die Pro-iPads trotzdem kaufen und sich eben nicht an diesen Limitierungen stören, an denen wir uns jetzt spezifisch gestört haben. Und dann ist das wahrscheinlich aus Apples Sicht okay. Also dann wird da vermutlich kein besonderer Leidensdruck sein, um irgendwas zu ändern, auch wenn es für mich persönlich frustrierend ist, weil ich mir halt vom iPad was anderes wünschen würde. Aber ich meine, okay, das muss halt... Ja, weißt du, der Spagat für Apple ist halt der, dass ein iPad lukrativ genug ist, dass du es dir nebenher hältst. Und so halte ich es ja zum Beispiel auch. Also ich liebe das iPad ja aufgrund seines Displays und generell aufgrund seiner Portabilität. Und natürlich ist es ein ziemlich dekadentes Couch-Gadget, dass du dann auf der Couch damit surfst und dir Filme anguckst. Dafür ist es eigentlich recht teuer. Aber ja, wenn man sich das leisten kann und möchte und dass es weiterhin genug Leute gibt, die das auch tun, wird Apple da kein Problem haben. Aber ich habe zum Beispiel ganz klar festgestellt, mir würde nie im Leben einfallen, hier auf so eine Dienstreise zum Beispiel nur mit dem iPad zu gehen. Weil jetzt zum Beispiel genau für diesen Zweck, den wir jetzt hier machen, diesen Podcast, den wir aufnehmen, ist es zwingend erforderlich, dass ich mein MacBook dabei habe. Ich kann diesen Workflow nicht ohne weiteres auf dem iPad darstellen. Und das ist halt bei einem Notebook ähnlichen Gerät, was Preis und Ausstattung angeht, ja eigentlich ein bisschen schade, dass das nicht möglich ist, so ohne weiteres. Ja. Vielleicht iPadOS 19, vielleicht nie. Vielleicht sehen wir eher, vielleicht sehen wir früher den Touchscreen in irgendeinem MacBook nächstes Jahr, bevor wir mit iPadOS irgendwo an einen Punkt kommen, wo diese Vorstellungen oder Konzepte von einem klassischen, eben von der Flexibilität von einem Notebook oder klassischen Laptop halt erfüllt wird. Ich weiß es nicht, ob Apple da noch Motivation zu hat. Sie haben auch offensichtlich ja jetzt auch gar keine Kapazitäten mehr gehabt, um irgendwie was zu stemmen. Das sehen wir ja jetzt auch gleich noch bei den anderen kleineren Betriebssystemen, dass da auch offensichtlich jetzt Sachen unter den Tisch gefallen sind. Und Apple Intelligence, KI-Funktionen waren halt einfach der Fokus. Sie haben inzwischen ja mit VisionOS einfach noch ein Betriebssystem obendrauf. Das muss ja halt auch. Ich meine, da muss halt irgendwie müssen die Teams ja auch hinterherkommen und halt diese über 40 Standard-Apps, die halt drauf sind, die halt auch, von denen zumindest manche ja auch immer wieder aktualisiert werden wollen. Also Apple hat sich da natürlich jetzt auch wirklich den Teller sehr vollgeladen mit Sachen. Ja, das ist ein gutes Argument und wir haben ja schon gesehen beim Stage-Manager, wie sie das ins Schleudern gebracht hat, dass sie iPadOS einen Monat später erst rausbringen konnten als dann die anderen Betriebssysteme. Das hat sie ja auch ziemlich gefordert und der Prozess, auch wenn der Beta war ja auch interessant zu verfolgen. Also man hat ja auch gesehen, welche Klippen da genommen werden mussten. Beim Feature, was noch weit hinter dem zurücksteht, was wir jetzt da gerade diskutiert haben, was möglich sein könnte. Also so gesehen, ja, ich glaube auch tatsächlich auch pragmatische Gründe sprechen derzeit dagegen, dass Apple da jetzt einen Kurswechsel auf dem iPad macht. Deshalb habe ich da wenig Erwartungen jetzt für die nächsten ein, zwei Versionen. Ich glaube einfach, dass jetzt auch Vision Race ist nach wie vor ein Riesenthema. Dieses ganze Apple Intelligence Thema kommt jetzt nur obendrauf. Also ja, wenn sie nicht jetzt gerade 10.000 Leute neu einstellen, wird es wahrscheinlich schwierig, dann das iPad nochmal eben jetzt mit der Software neu aufzustellen. Tja, das ist ein guter Punkt, um zu macOS zu kommen, weil auch bei macOS kann man sagen, du hast ja eine von den Hauptneuerungen schon angesprochen. Man kann halt sein iPhone so ein bisschen, die Entwickler kennen das ja schon mit dem Simulator, wo man halt zumindest ein iPhone simuliert. Jetzt hat man wirklich sein iPhone gespiegelt. So ein bisschen gibt es es ja schon. Man kann ja zum Beispiel seine Apple Watch auf dem iPhone spiegeln. Also das kennt ja vielleicht auch der ein oder andere schon. Und in dem Fall kann man halt das iPhone jetzt auf dem Mac spiegeln. Für diesen Fall, dass man das iPhone im anderen Zimmer hat und irgendwie nicht aufstehen möchte und rübergehen möchte. Also so 100 Prozent war mir noch nicht klar, wann und in welcher Situation ich diese Funktionen verwenden würde oder sollte. Aber ich meine, ich finde diese Idee, Geräte zusammen zu spielen lassen, empfinde ich als grundsätzlich spannend. Insofern würde ich mich jetzt auch nicht verweigern, dass wir jetzt dieses Mirroring da drauf haben. Aber klar, ich hätte mir auch lieber ein Mac OS Mirroring auf dem iPad gewünscht als ein iPhone Mirroring auf dem Mac. Aber nun gut, so ist es halt jetzt. Da sind wir einfach. Oder versprichst du dir, glaubst du, dass du das oft nutzt? Versprichst du dir da viel von? Oder ist das für dich auch eher so? Ja, es ist eine gute Frage. Also sicherlich gibt es die Szenarien, wo man einfach dann am Mac arbeitet und jetzt normalerweise das iPhone nur in die Hand nehmen würde, weil man eine iPhone-App benutzt. Und wenn es einfach ist, dann eben da drauf zu springen, das sozusagen auf einem Screen machen zu können, finde ich jetzt nicht unscharmant die Idee. Ob das aber tatsächlich jetzt in meinem täglichen Gebrauch dann sich auch als wirklich dauerhaft nützlich erweist, das muss man eben sehen. Also ich sage mal, diese Funktion ist ja, es gibt keinen Grund, dagegen zu sprechen, aber ja, mal schauen, ob das jetzt wirklich so ein Ding ist dann halt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für bestimmte Nutzergruppen interessant ist. Also dass diese Frage auch irgendwie das Dokumentieren von Workflows auf dem iPhone, dass man da den Bildschirm abfilmt. So in der Richtung kann ich mir vorstellen, dass da eben schon einige Nutzer vor dem Bildschirm gesessen haben, haben verloggt angesichts dieser Möglichkeit. Aber ich glaube, es wird am Ende vor allem ein sehr spezieller Use Case sein. Weniger spezieller, sondern sehr allgemeiner Use Case sind Passwörter und vor allem Passwortverwaltung. Und die hat Apple ja bislang, ich meine, wir besprechen das jetzt gerade bei macOS, aber diese Geschichte gilt halt eigentlich natürlich auch für alle Apple-Betriebssysteme. Die haben sie ja bis jetzt immer ein bisschen an komischen Stellen versteckt, vor allem auf dem Mac. Da war ja die Passwortverwaltung einfach in Safari untergebracht, was zwar von der Historie her logisch war und zugleich gab es natürlich so ein zweispuriges Fahren, weil es ja auch noch die alte Schlüsselbundverwaltung auf dem Mac oder in macOS gibt, die dann halt auch einfach den iCloud-Keychain oben drauf bekommen hat. Ich weiß noch nicht so recht, was da das Schicksal dieser Schlüsselbundverwaltung ist, die ja durchaus, also die altgedienten Mac-Nutzer vielleicht doch auch noch benutzen unter Umständen. Auf jeden Fall haben wir, bekommen wir jetzt praktisch eine Passwort-App, die letztlich eine iCloud-Keychain, iCloud-Schlüsselbund-App ist und ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Insofern kann ich noch relativ wenig sagen, was die Funktionalität angeht. Ich finde es aber gut, dass Apple den Schritt jetzt mal gemacht hat, diese logische Konsequenz in all den Jahren der Arbeit, die sie da reingesteckt haben, da jetzt eine eigene App draus zu bauen und fertig. Ich feiere das, muss ich dir sagen. Also ich feiere das wirklich, dass sie diesen Schritt gehen, weil das war das größte Understatement im Betriebssystem, diese Passwort-Punktionalitäten da in den Einstellungen zu verstecken. Ich weiß, warum sie das getan haben, weil natürlich jetzt diese Share-Logging-Debatte sofort losgeht, dass eben Dritt-Apps, die etabliert sind, jetzt um ihr Dasein fürchten müssen. Ich denke mal, dass auch viele Basisnutzer tatsächlich auf die Idee kommen könnten, einfach zu sagen, wenn sie im Apple-Ecosystem beheimatet sind, reicht mir diese Passwort-App völlig und es gibt auch teilweise dermaßen absurd teure Abo-Modelle bei den Playern, die da draußen sind, dass ich persönlich auch auf die Idee kommen werde, diese Standard-Passwort-App von Apple zu nutzen. Trotz aller Vorbehalte, das ja auch manchmal gesagt wird, es ist vielleicht gar nicht so schlau, immer alles bei einem Anbieter zu haben. Es ist besser, das irgendwie zu streuen auf verschiedene. Auch das war ja so der Charming-Point der Dritt-Apps. Also ich bin mal gespannt, wie die Dritt-Apps sich jetzt da positionieren. Die hatten ja schon so ein bisschen zu knabbern mit der Einführung von Pass-Keys. Jetzt auch noch eine Passwort-App. Sind keine einfachen Jahre für die. Aber ich persönlich fand diesen Schritt längst überfällig. Und ja, bezogen auf die Schlüsselbundverwaltung gebe ich dir recht, das war ja ein ziemlich technischer Part bislang auf dem Mac, wo du ja diese ganzen Zertifikate und so weiter, so Sachen, die den Normalnutzer eigentlich nicht tangieren, dann vorgefunden hast. Und jetzt plötzlich wird da eben, kommt das? Also ja, mal gucken, welche Entwicklung das genau nimmt. Ich hoffe oder vermute, dass sie die Schlüsselverwaltung einfach so lassen, wie sie mal einst war und halt den iCloud-Schlüsselbund aus der wieder rausnehmen und in diese Passwort-App verlagern. Aber ich kann es noch nicht genau sagen. Das wäre, glaube ich, die sinnvollste Strategie, um da niemandem auf die Füße zu treten. Und das ist, glaube ich, bei Passwortverwaltung relativ wichtig, möglichst niemandem auf die Füße zu treten, weil das sonst sehr unangenehm natürlich schnell wird. Eine andere Sache, die sie jetzt auch endlich mal integriert haben, ich weiß nicht, ob da Apple einfach nicht dazugekommen ist oder ob sie sich dagegen gewehrt haben, weil das ja auch so ein bisschen eine Funktion ist, die man manche zumindest mit Windows assoziieren, ist halt so ein bisschen ein besseres Fenstermanagement, so um Fenster schneller in bestimmte Bildschirnhälften praktisch zu befördern, zu sagen, hier, halber Bildschirm, hier und ein paar Elemente gab es ja davon schon und natürlich gibt es zig Tools, die das halt machen und auch kostenlose Bezahltools, alles Mögliche, die das auch sehr gut machen. Aber die halt auch eingeschränkt sind, weil auch macOS ist mit dem Fenstermanagement im Laufe der Jahre ist ja auch immer abgeschotteter geworden und macht es immer schwieriger und die Apps brauchen zum Beispiel, die brauchen oft Zugriff auf die Bedienungshilfen und die brauchen Zugriff auf verschiedene Elemente des Betriebssystems, wo du eigentlich sagst, ich will darauf eigentlich gar keinen Zugriff geben, weil die können dann letztlich ja dein ganzes System steuern und wir hatten jetzt gerade mit Bartender, was keine Fenstersteuerung ist, aber haben gesehen, die problematisch es ist, wenn man einer harmlosen App halt verschiedene Zugriffsmöglichkeiten einräumt und dann plötzlich der Besitzer zum Beispiel wechselt und niemand einem davon was erzählt als Nutzer und dann stehst du da und denkst, ups, okay, das ist jetzt ungünstig und das ist natürlich, Fenstermanagement ist, muss man sagen, gut, alte Debatte, was ist mit Dritt-Apps, aber Fenstermanagement ist irgendwie Aufgabe des Betriebssystems, sollte das Betriebssystem irgendwie selbst deichseln und auch einen Weg dafür anbieten. Ja, zumindest, zumindest wenn der Kompromiss lautet und das war ja bei vielen Apps so, dass sie dann auch die Inhalte der Fenster eben erfassen müssen, dass sozusagen eine Art Erfassung, Abfilmen des Bildschirms erfolgt, um eben bestimmte Funktionen anzubieten und das ist ja bizarr, dass du eben als Nutzer solche Datenschutzzugeständnisse machen musst, um einfach nur da ein bisschen die Fenster zu rearrangieren. Deshalb finde ich das auch sehr gut und kann mich allem, was du gesagt hast, mal anschließen, dass es aber jetzt einfach dann an der Zeit war, dass man eben diese Möglichkeit auch vorfindet. Sonst halt macOS auch. KI-Funktionen natürlich, die wir schon besprochen haben, ist, glaube ich, der große Punkt und natürlich kleine Verbesserungen in Apple Apps rund um verschiedene Sachen werden wir auch wieder finden. Also da gibt es auch viel Kleingram, aber diese, das waren eigentlich, also ich meine, diese Fenstermanagement-Geschichte ist schon relativ klein, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, aber es ist, also ich glaube, das ist für viele Mac-Nutzer durchaus schon auch ein wichtiges Element, kann ich mir vorstellen. Ja, nur ein bisschen im Gleichklang der letzten Jahre. MacOS hat sich ja immer nur in kleinen Schritten weiterentwickelt, aber es sind meistens Schritte, die irgendwie auch dann durchaus nutzbringend sind und ich finde es besser, sie machen eben das, als wenn sie jetzt da groß revolutionieren, wo eigentlich kein Handlungsbedarf gegeben ist. Deshalb gehe ich damit dann konform. Du hast jetzt, so wie ich auch, ist mir übrigens aufgefallen, den Namen dieses neuen Betriebssystems dann tunlichst vermieden. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Zungenbrecher sein dieses Jahr. Ich finde es als sehr einfach, es ist nämlich einfach MacOS 15. Ja, okay. Das ist mein Ausweg aus diesem Dilemma, dass diese Namen immer abenteuerlicher für nicht US-Ansässige werden und ich glaube, selbst in den USA tut man sich schwer, diesen Namen richtig auszusprechen. Also da muss man schon wissen, die muss man die Ecke dann... Ja, sowas in der Art, ja, es ist echt schwierig, sich da dran zu versuchen. Baumriesen. Die Ecke muss man dann kennen und dann weiß man wahrscheinlich auch, wie man das richtig ausspricht. Ja, wo es nicht so schwer ist mit der Aussprache, weil es kein komisches Zusatzwort hat, ist WatchOS. Da haben wir nämlich einfach Version 11. Das ist sehr einfach. Zahlen sind sehr einfach auszusprechen, aber auch da ist der Neuigkeitswert, zumindest von den Sachen, die Apple bis jetzt gezeigt hat, ist sehr überschaubar. Sie gehen den Weg weiter, den die Watch sehr lange schon gegangen ist, nämlich halt auf Fitness und Gesundheit zu schauen und da muss man sagen, es sind sehr kleine Ergänzungen, aber sehr nützliche Ergänzungen für Leute, die in diesem Fitness und die Trainings-App benutzen und diese Ringe und sich an diesem Konzept der Ringe entlanghangeln, die sie jeden Tag zu schließen haben. Und da ist doch viel Flexibilität drin, die bislang nicht gegeben war. Zum Beispiel kannst du halt verschiedene Zielvorgaben für unterschiedliche Wochentage eintragen und sagen, ich will halt am Wochenende, kann ich mehr Kalorien verbrennen, weil ich irgendwie mehr Sport machen kann oder mehr rausgehen kann und in der Woche schaffe ich es halt nicht, weil ich im Büro bin. Also da kann man das System halt anpassen oder solche Geschichten, was Leute unglaublich fristiert hat und was auch vom Trainingsmotivationsstatus sehr verkehrt war, dass man nie einen Ruhetag einlegen konnte, wenn man diesen seine, ja wie sagt man auf Deutsch, wenn man das immer halt seine Ringe schließen wollte und das weitertragen wollte jeden Tag, konnte man halt keinen Ruhetag machen und jetzt kann man die praktisch die Ringe pausieren und sagen, okay, oder wenn du dich verletzt, wenn du halt Sportler bist und verletzt bist und irgendwie eine Verletzungspause hast. Also all diese Geschichten waren einfach nicht vorgesehen und die kommen jetzt endlich, wirklich endlich mit WatchOS 11 und Apple macht halt mehr aus den Daten, die die Watch sowieso sammelt, vor allem die Daten, die die Watch im Schlaf sammelt, also Ruhe, Herzfrequenz, Herzfrequenz, Variabilität, Atemfrequenz und wahrscheinlich auch Blutsauerstoff, also all das, was über Nacht praktisch neben dem Schlaftracking plus halt natürlich das Schlaftracking selbst aufgezeichnet wird, bieten sie dir so eine schöne Ansicht der Vitalwerte und die geht in erster Linie da, da zielt darauf ab, um dir halt zu zeigen, wenn du, wenn sehr, und natürlich Temperatur am Handgelenk bei den Up Series 8, zielt halt darauf an, dir zu zeigen, wenn halt irre, also wenn es halt irgendwie aus, wenn Werte aus der Reihe tanzen, was nicht verkehrt ist, weil wie ich selbst immer wieder erfahren habe in den letzten Jahren, seit diese Daten da sind, man kann halt Infekte und solche und wirklich, also Krankheitssachen kann man daran wirklich erkennen und auch den Verlauf und kann auch sehen, okay, Infekt ist wieder weg und das sind alles sehr nützliche Sachen und ich, bislang ließ sich das schon mit Dritt-Apps natürlich alles einsehen oder irgendwie in der Health-Datenbank einsehen, aber das rauszuziehen und für den Nutzer in einer einfachen, verständlichen Form aufzubereiten, finde ich sehr gut und sehr überfällig, weil die Daten sind sowieso da und das andere ist so diese Training-Load-Geschichte, das ist irgendwie die Idee, dass du halt siehst, ob du dein Training plötzlich übermäßig steigerst oder vielleicht auch zu wenig trainierst, um irgendwie weiterzukommen, also du siehst praktisch dein aktuelles Training wird ins Verhältnis der Härte der zurückliegenden Trainings gesetzt und damit hast du einen praktischen Wert und siehst, wie du dein Training halt fortentwickelst. Ist eigentlich, da sind wir wieder bei diesem Wort Table Stakes, für das mir immer noch keine deutsche gute Übersetzung eingefallen ist, ist auf anderen Sport- und Fitnessuhren sind das eigentlich Basissachen, die inzwischen längst vorhanden sind und der Apple Watch haben sie einfach gefehlt und jetzt kommen sie mit WatchOS 11 hinterher, endlich. Ja, Apple geht da halt einfach einen sehr konsequenten Weg, sie haben halt erkannt, dass so gerade diese Fitness und Gesundheitsfunktionen bei der Watch hoch im Kurs stehen und ich habe den Eindruck, dass sie halt sich dann jedes Jahr das Nutzer-Feedback angucken und dann so eine Prioritätenliste machen, der Dinge, die vielleicht am ehesten halt auch mal nachempfunden werden könnten oder ergänzt werden könnten und diesen Weg dann gehen. Ja, mehr ist ihm eigentlich nicht hinzuzufügen. Also ich finde, du hast es sehr schön umrissen, was sie da jetzt gemacht haben. Es ist insgesamt ein eher unspektakuläres Update, finde ich jetzt, für alle, die jetzt dann eben nicht genau aus dem Bereich dann neue Funktionen sich gewünscht haben. Da war WatchOS 10 aber natürlich auch ein großer Aufschlag letztes Jahr. Insofern zu erwarten, dass sie jetzt auch ein bisschen Ruhe reinbringen und das noch weiter sacken lassen, was da letztes Jahr alles gekommen ist, an durchaus größeren Veränderungen, auch in der Navigation und im Aussehen. Ja, Virtuous 11 nimmt einen da nochmal ein bisschen an der Hand und erklärt nochmal alles, glaube ich, beim Einrichten, damit die Leute jetzt auch abgeholt werden. Aber ja, das sind sehr kleine Schritte, die sie jetzt machen und diese Doppeltap-Geste, die ja im letzten Jahr mit den Uhren neu kam, mit den neuesten Generationen Series 9 und Ultra 2, die können dann halt jetzt auch mal die Dritt-Apps zum Beispiel benutzen, was ja bislang nicht ging. Also es sind halt so Sachen, wo du sagst, musste das wirklich irgendwie ein Jahr dauern, bis diese API für Entwickler da ist? Ja, also konnte die nicht mal irgendwie zwischenzeitlich nachgeliefert werden? Ich weiß nicht, warum. Manche Mühlen malen da bei Apple einfach sehr langsam und WatchOS ist da jetzt dieses Jahr auch einfach da drunter gefallen. Andere Mühlen malen auch langsam und eine der langsamsten Mühlen ist gefühlt die Vision Pro und Vision OS und auch bei Vision OS 2 gibt es Neuerungen, die man aufzählen kann, aber es ist wenig Grundsätzliches passiert, würde ich sagen. Es sind wichtige Sachen hinzugekommen, also du kriegst halt eine Geste, um irgendwie zum Homescreen zurückzukommen und sie machen aus den 2D-Fotos werden automatisch Spatial-Fotos gemacht, also diese räumlichen Fotos, die man sonst mit dem iPhone aufnehmen musste, was clever ist, ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, aber das hört sich nach einer netten und sinnvollen Funktion an und natürlich dieses virtuelle Mac-Display wird endlich auf so ein großes, also sie machen praktisch den Trick, dir nicht zwei Displays zu geben, sondern ein großes Ultra-Wide-Display, was du dir aufspannen kannst und was halt dann auch ungefähr Platz ist. Ich glaube, Apple hat auch vom Platz irgendwie, was du halt so auf zwei 4K-Displays unterbringst, kriegst du dann halt auf diesem einen sehr großen Virtuellen Ultra-Wide-Display unter. Hört sich sehr sinnvoll an, zumal sie offensichtlich, was ich als clever empfand, die Rechenarbeit teilweise, was dieses Foveated Rendering angeht, also diesen Bereich scharf zu rechnen, auf den du gerade schaust, das lagern sie offensichtlich auf dem Mac aus, sodass das halt nicht mehr die Brille berechnen muss und irgendwie heiß wird und alles Mögliche halt da in Anspruch genommen wird, sondern der ja oft halt viel mehr Ressourcen habende Mac übernimmt diese Arbeit und das hört sich gut an, weil das einfach eine tolle Funktion ist, eine der wichtigen Funktionen der Vision Pro, dieses Mac-Display da reinzubekommen. Da kann man, glaube ich, auch nicht drum herum kommen. Da spielen sie natürlich voll die Karte aus, dass sie alles in der Hand haben, dass alles aus einer Hand kommt, die ganze Geschichte. Das zeigt zugleich aber natürlich auch, welches Potenzial noch in der Vision Pro steckt. Also es wird ja immer nach Hardware-Updates gekräht, aber ich glaube, die Hardware an sich, die wir in der ersten Generation haben, ist noch längst nicht ausgeschöpft und die Software, die blieb ja dann noch zurück, weil, wie wir ja nun gesehen haben, sie doch in einem, ich möchte nicht sagen, halbfertigen Zustand rausgegeben wurde, aber eben noch nicht da, wo sie eigentlich hätte sein können und vielleicht auch aus Apples Sicht hätte sein müssen. Keine Ahnung. Also da sehen wir jetzt in Vision OS 2 auf jeden Fall Ansätze, dass man eben erste Learnings aus dem Gebrauch, sagen wir mal, diese ganze Kontrollzentrums-Geschichte da, dass man aus der Hand heraus die Dinge macht, das ist ja sicherlich etwas, was aus dem Gebrauch der ersten Nutzer auch schnell rausgekommen ist, dass sie gesagt haben, das ist ja mühsam, so wie das ist. Meta hat das früher erkannt als Apple, witzigerweise. Die haben ja schon diese Handgeste. Ist halt lustig, weil du musst es ja immer und musst immer bis ganz nach oben schauen, um dann zu hoffen, dass irgendwo dieses Pünktchen auftaucht, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ist eine sehr witzige Sache und die konnte einen wirklich wahnsinnig machen. Ist schon richtig. Und man musste bis jetzt, konnte man so Umwege gehen über die Bedienungshilfen, um das irgendwie anders nochmal, aber es ist gut, dass da jetzt eine Geste kommt. Was halt wichtig ist, vor allem, dass sie jetzt, das war ja auch ein Teil dieser Ankündigung, natürlich nicht nur nochmal ein bisschen auch Schnittstellen flexibler und solche Enterprise APIs eingekündigt haben, die auf Sensoren auch teilweise von der Vision Pro Zugriff geben. Es sind ganz interessante Entwicklungen, die sie da sehr langsam vornehmen. Und auf der anderen Seite halt, was die Content-Produktion angeht, also diese immersiven Videos, die ja wirklich eine tolle Sache sind und ein sehr beeindruckende, etwas, was wirklich beeindruckend ist und was halt so langsam bis jetzt vorangekommen ist. Und da fahren sie halt nicht nur ihre eigene Produktion ganz offensichtlich jetzt nochmal hoch, sondern jetzt kommt halt auch die Hardware, die sie halt wie immer so kennen, war da natürlich im Spiel mit so einer eigenen, mit einem eigenen Objektiv und Blackmagic war da jetzt plötzlich mit im Spiel. Also so die professionelle, die professionelle Videoproduktion wird praktisch auf das Level gehoben, um halt immersive Videos jetzt in Kürze Workflows zu haben, um halt immersive Videos produzieren zu können. Und das ist natürlich ein extrem wichtiges Element in dieser ganzen Geschichte, weil die sind ein Schlüssel zu dieser Vision Pro. Also das muss man bis jetzt so sagen, also Entertainment und vor allem immersive Videos sind ein Raubzugpferd von dieser Kiste. Sie sehen halt zu, dass sie jetzt mehr Inhalt auf die Brille bekommen. Und das hat sich ja jetzt in den ersten Monaten gezeigt, dass das eben das, was da ist, schnell ausgeschöpft ist. Dann hatten sie auch diesen Kunstgriff gemacht mit den Spatial Videos, dass man die mit dem iPhone oder mit bestimmten iPhones machen kann. Jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter, das so im Grunde genommen sehr weit zurückreichend dann diese Spatial Videos dann erzeugen kannst und diese Spatial Fotos. Also ja, das zeigt so ein bisschen die aktuelle Stoßrichtung, wobei es fehlt ja nach wie vor, finde ich, doch so ein Impuls, ein entscheidender Impuls, wie es jetzt weitergeht, wo Apple wirklich den Haupt-Use-Case sieht. Also zuletzt sind sie ja ein bisschen in diesen Business-Bereich gegangen. Im Consumer-Bereich fehlt jetzt auch in Vision S2, finde ich, immer noch ein wenig die zündende Idee, dass man jetzt sagt, okay, das bringt es jetzt wirklich voran, die ganze Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe schon das Gefühl, sie sind irgendwie auf dem richtigen Weg. Also sie gehen das jetzt weiter, sie versuchen das jetzt auszubauen. Ich denke, wir müssen einfach diesem Vision S noch vielleicht ein oder zwei Versionen Zeit geben. Und dann ist vielleicht so der Punkt, wo man auch mal Zwischenbilanz ziehen kann, wo man sagen kann, okay, wo sind wir denn jetzt angekommen und wie kann diese Reise dann auch jetzt gemessen an den Zielen, die Apple mal definiert hat, weitergehen. Ja, und ein wichtiger Schritt in dieser ganzen Vision Pro Geschichte ist natürlich, dass tatsächlich jetzt die Hardware auch außerhalb von den USA bald verfügbar sein wird und auch nach Deutschland kommt. Nämlich am 12. Juli ist der Verkaufsstart in Deutschland und das war ja was, was sich auch abgezeichnet hat mehr und mehr, dass jetzt natürlich dieser Punkt gekommen ist und ich glaube, Frankreich ist mit dabei, Großbritannien und dann noch ein bisschen Kanada, Australien und asiatische Länder, Japan, China und so weiter, Hongkong, Singapur war es glaube ich noch egal. Also eine Handvoll Länder sind jetzt auf jeden Fall zumindest mal in diesem ersten, in dieser ersten Geschichte dabei und wir wissen jetzt auch den Euro-Preis, der ein bisschen niedriger ist tatsächlich, als ich ihn erwartet habe. Es ist nämlich einfach punktgenau 4.000 Euro oder punktgenau Marketingpreis 3.999 Euro, was aber auch 4.000 Euro ist, nicht, dass sich da jemand irgendwie der Illusion hingibt, er würde nur 3.000 Euro bezahlen. Das ist jetzt einfach der Punkt, den wir jetzt haben und es ist glaube ich einfach ein wichtiger Schritt, dass die natürlich mal in ein bisschen mehr Hände zumindest kommt. Auch bei dem Preis darf man auch nicht erwarten, dass da in Deutschland glaube ich Läden gestürmt werden. Das ist natürlich alles, bleibt eine langsame und sehr überschaubare Geschichte, aber es sind halt, also sie gehen sehr konsequent mit sehr kleinen und langsamen Schritten gehen sie aber dafür sehr konsequent jetzt voran und wenn sie diese Content-Geschichte gelöst bekommen und wirklich spannenden Content im großen Stil darauf fahren und zugleich diese Enterprise-Geschichte gelöst bekommen und halt Firmen wirklich auf diese Brille bekommen für den Professionellen, für spezifische Einsätze im Profibereich, dann haben wir zumindest zwei interessante Ansatzpunkte und wenn dann eines Tages tatsächlich noch eine etwas überschaubare, preislich überschaubare Hardware hinterherkommt, dann könnte daraus mal auch was werden, aber halt nicht 2024 und sicher auch nicht 2025, sondern vielleicht eher so 2026 aufwärts. Also trotz aller Kritik haben wir gesehen, dass ja auch diese ersten Monate in den USA ja schon für allerlei Impulse für die Plattformen gesorgt haben und insofern gebe ich dir recht, dass diese Ausweitung auf internationale Märkte und eben auch, dass du auch mehr Entwickler ansprichst, die jetzt nicht dann diesen riesen Aufwand mit Import auf sich nehmen, sondern einfach dieses Gerät kaufen vor Ort dann dafür entwickeln können. Ich kann mir auch vorstellen, dass das letztendlich gut tut und überfällig ist, dass das jetzt passiert und ich bin auch mal gespannt, wie in Deutschland das die Diskussion beeinflusst, weil ich habe schon den Eindruck, dass die Diskussion in Deutschland auch sehr von dem Frust beeinflusst war, wir sind ja nicht dabei, wir können sie ja gar nicht kaufen, man muss sie importieren und ach, was interessiert mich denn dieses Produkt, das gibt es doch hier gar nicht und das dürfte sich jetzt ab dem 12. Juli ändern und mal gucken, wie wir dann auf die Vision Pro blicken, jetzt dann nach einer Weile. Nächster Punkt ist eigentlich einer, der, also nicht das große Betriebssystem ist, aber immer wieder wundersame und sehr nützliche Sachen hervorbringt, das war dieser Bereich Audio und Home hieß das glaube ich und dabei im Speziellen halt die Airpods, die Airpods Pro, die jetzt ja so neue Möglichkeiten bekommen einerseits das Feature, dass du Siri antworten kannst, in dem du nickst oder den Kopf schüttelst und zum anderen die Voice Isolation, um jetzt dann störende Einflüsse dann auszufiltern. Lass uns aber erst mal über dieses Nicken sprechen, ich fand das irgendwie charmant die Idee. Ja, sie hatten ja auch so ein charmantes Video von einem, der im Aufzug steht und der halt irgendwie einen Anruf bekommt, der ihm über die Airpods signalisiert wird und der dann irgendwie so verschämt irgendwie vor sich hin mit dem Kopf schüttelt, weil er nicht in dem vollen Aufzug anfangen will, lauthals zu telefonieren und natürlich eben auch nicht mit Siri sprechen möchte laut und das ist natürlich sicher eine Situation, die man an vielen verschiedenen Orten kennt, sei es im Zug oder in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln, anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder überhaupt irgendwie in belebten Umgebungen will ja nicht jeder irgendwie mit seinen Sprachassistenzsystemen reden. Ich meine, andere Leute haben damit auch keine Probleme, aber ich gehöre auch dazu. Ich möchte, ich schüttel dann auch lieber verschämt meinen Kopf, um da irgendwie auf was zu reagieren. Also es ist eine sehr nette kleine Funktion und auch diese andere Kiste, dass sie das endlich, weil das haben sie ja auf dem iPhone schon sehr gut hinbekommen und das macht einen extremen Unterschied beim Telefonieren, diese Stimmisolierung, dass also wirklich Hintergrundgeräusche rausgefiltert werden. Das funktioniert auf dem iPhone selbst ja schon sehr gut, aber auf den AirPods war das bis jetzt sehr lausig, weil gerade wenn man draußen rumrennt, ja oft Windgeräusche und alles mögliche an Störnen und Fahrradfahren und AirPods war ja ein ganz großes Desaster. Dann und das jetzt in der Form zu machen, dass das hoffentlich genauso gut funktioniert wie auf dem iPhone mit Hintergrundgeräuschen, die einfach rausgefiltert werden, das wäre, ist definitiv eine gute Erweiterung für die AirPods. AirPods Pro muss man ja dazu sagen, weil ich glaube, das war beides exklusiv Pro. Ja, ja, ja. Ja, aber dennoch, ich meine, Apple macht da das weiter, was sie in den letzten Jahren auch gemacht haben, dass sie diese AirPods Pro nachträglich immer gerne nochmal so funktionell erweitern und das ist ja ein psychologisch immer sehr erfreulicher Effekt, dass wenn du ein Gerät kaufst, von dem du an und für sich auch so schon angetan bist und du bekommst dann eben noch nützliche Sachen nachgeliefert und musst nicht mal extra was dafür bezahlen. Also da kann ich jetzt nur mit meinen AirPods Pro in den Ohren zustimmen, nicken. Also ich meine, sie sind echt sehr bewährt, bei mir auch ein Gerät, ein Zubehör, ein Accessoire, wie auch immer man es nennen möchte, was ich mir schwer wegdenken kann aus dem Alltag. Sie sind einfach so regelmäßig und so oft bei mir auch im Einsatz. Also ich bin nicht jemand, der die jetzt irgendwie den ganzen Tag trägt, weil das kann man ja auch machen, durchaus eben durch diese Möglichkeit, sich Nachrichten und Mitteilungen da vorlesen zu lassen. Das ist alles auch interessant und nett, aber dafür, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, aber ansonsten haben die natürlich, sind die von dem Nutzungsfaktor, der ist schon sehr hoch bei den AirPods Pro und ich denke mal, dieses Jahr, da werden wir uns sicher eine eigene Sendung eines Tages vielleicht dazu uns widmen, aber ich denke mal, neue AirPods könnten ja auch mal wieder anstehen und die kommen ja sicher dann wahrscheinlich eher mit iPhones im Herbst. Da passiert sich ja jetzt mal wieder was, weil ich glaube sozusagen die Pro-Modelle, die waren jetzt sehr spannend immer und sehr interessant und die sind ja auch vorangekommen, aber so das Basismodell, die AirPods 3, die sind irgendwie so ein bisschen unter Ferner liefen waren die und haben auch nicht so viel natürlich Software-seitig zu bieten, also da hoffe ich, dass ich da, oder scheint sich ja was die Gerüchte angeht, auch mal jetzt was zu tun vielleicht dieses Jahr. Vielleicht zum, jetzt haben wir nämlich tatsächlich glaube ich die, ich meine klar, gibt es immer noch Sachen, die irgendwie dazukommen, dass man irgendwie mit Apple Home in Zukunft dann Staubsauger-Roboter steuern können soll, solche wichtigen Erweiterungen sehen wir dann auch offensichtlich früher und später und jetzt fallen natürlich auch noch andere Sachen so aus der WWDC raus, die wir vielleicht im Laufe der Woche noch sehen werden, also vielleicht, wir unterhalten uns ja über die Betriebssysteme sowieso noch mal im Detail, wenn wir dann mit den Erfahrungen mit den Betas gesammelt haben, ein bisschen später im Jahr. Vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen, da du ja jetzt, du hast am Anfang schon kurz ein bisschen erzählt, aber was war denn insgesamt so dein Eindruck von dieser, wie war denn da die Stimmung vor Ort, also auch unter, den Apple-Mitarbeitern, ich meine, die sind natürlich immer relativ gehypt und motiviert, aber trotzdem, auch das kann ja durchaus variieren, also was war da insgesamt so die Stimmung und auch unter den Entwicklern, die ja jetzt da waren, wie haben die die Keynote aufgenommen und was da insgesamt, wie ist das so abgelaufen? Man muss ja immer sehr genau hingucken, weil in der Tat ist es so, dass ja alles hier auf Euphorie auch getrimmt ist, also es sind ja zum Beispiel auch Apple-Mitarbeiter aus dem ganzen Lande hier sind eingeflogen und flankieren dann so die Wege und jubeln, so wie man das ja kennt bei Produktlouches und wenn du das für bare Münze nimmst, dann bist du natürlich, dann denkst du, hey, es ist alles super und alles großartig. Was mir schon aufgefallen ist, es war, dieser erste Keynote-Tag war von einem sehr hohen Tempo hier geprägt. Es gab dann am Nachmittag noch eine Veranstaltung im Steve-Jobs-Theater, das gab es auch so noch nie hier auf der WWDC, dass dann so eine Talk-Runde da gemacht wurde, John-Andrea, der KI-Chef und Craig Federighi, der Software-Chef, ließen sich da befragen von iJustine an der YouTuberin zu den ersten drängenden Fragen, die sich viele stellten nach der Keynote mit Blick auf Apple-Intelligence und das zeigt mir halt auch, dass Apple halt gesehen hat, dass sie da auch ein großes Feld aufgemacht haben, also ein Feld, wo auch sehr viele Fragen sich sofort aufdrängen und unmittelbar beantwortet werden müssen, was sie ja sonst eigentlich immer gerne eher so ein bisschen ausgehalten haben, und dass sie das so nach und nach in Briefings erklärt haben oder im Nachgang auch zu so einer Veranstaltung. Diese Zeit haben sie sicher nicht genommen. Insgesamt, finde ich, merkt man auch, dass bei Apple schon so eine gewisse Angespanntheit in diesen Zeiten da ist, weil sie eben auch merken, es sind gerade große Veränderungen im Gange und sie partizipieren daran mit ihren Produkten und ihrer Philosophie, aber es ist, glaube ich, nicht so diese relative Entspanntheit, die es so in diesen Fugenjahren gab zwischen den großen Schritten, wo die großen Plattformen iPhone, iPad und so weiter aufgestellt wurden und jetzt, wo es ja eher so um Weiterentwicklung nur ging. Also wir sind schon in Zeiten, wo eben sehr große Veränderungen auf diese Plattformen einziehen, dass auch kritisch beleuchtet wird, auch Dinge schief gehen können, ja keiner so richtig weiß, wo diese Reise ja auch hingeht. Ich meine, wer hätte vor zwei Jahren gesehen, dass wir jetzt in Sachen KI hier stehen, wo wir heute stehen. Das hat ja auch ein Apple überrascht und die Fachwelt ja auch. Also das merkt man auf jeden Fall. Und ansonsten ist es halt sehr viel Kalifornien hier. Also ich finde es ja immer sehr beeindruckend, einerseits diesen Hauptsitz von Apple, diesen Apple Park mit diesem riesen ringförmigen Gebäude zu sehen, gleichzeitig aber auch mal so dieses Klima zu verspüren. Also ich habe mir gleich einen trotz Sonnencreme Sonnenbrand geholt gestern bei dem Event, weil das ja weitgehend draußen sich abgespielt hat. Sag mal, wenn der Blick fehlt für die Dringlichkeit, verlässliche Regenvorhersagen in Apples Wetter-App in Nordeuropa zu bekommen, kann man das, sieht man das mit anderen Augen, wenn man hier ist, mal im Juni. Richtig, richtig. Wenn das Wetter immer gleich ist, dann ist die Wetter-App natürlich irgendwie nur eine Staffage, die da eigentlich gar nicht große Funktionen hat. Ja, und bei den Developern ist es halt so, dass das ja nach wie vor, ich meine, diese WWDC ist ja weiterhin erklärtermaßen eine Online-Konferenz. Das meiste macht Apple ja tatsächlich in diesen Sessions online. Es gibt diesen Präsenz-Teil hier, wo ja wirklich dann Entwickler eben auch aus aller Welt dann sich bewerben konnten, hier sind. Ich habe die gestern da alle rumtoben sehen. Es gab dann so Vor-Ort-Labs und dann, vor allem ist es so ein Get-Together. Also die Leute stehen dann halt dann da zusammen am Apple-Park, unterhalten sich, vernetzen sich mit Apple-Mitarbeitern untereinander auch. Es sind ja auch hier sehr viele Swift-Student-Challenge-Gewinne eingeflogen worden. Die junge, wobei jung ist schon fast relativ. Ich habe gestern mit mehreren gesprochen. Das sind alles, es waren noch junge Leute, aber die eben schon jetzt auch Informatik studieren oder sogar schon im fortgeschrittenen Studium sind. Das sind jetzt nicht so, Studien lässt ja immer so ein bisschen erahnen. Das sind so die Schüler, die jetzt mal in Swift-Playgrounds irgendwie einen Wackelroboter gebastelt haben. Das sind schon Damen und Herren, die man hier trifft, die sehr genau wissen, was sie tun und auch, finde ich, sehr interessante Perspektiven auch auf die App-Entwicklung haben, weil sie sind, sag ich mal, in ihrem Leben an einem Punkt, wo ihr Berufsleben ja noch beginnt und sie sich also sehr auf das Künftige einstellen müssen, aber sie reflektieren auch schon sehr kritisch und mit interessanten Perspektiven das, wo die Plattformen aktuell stehen und die Technik. Und da war natürlich auch so ein Thema, über das wir gesprochen haben, so, ja, KI, macht euch das eigentlich Sorgen jetzt mit Blick auf die Zukunft? Ist das jetzt so, bangt dem euren Job? Und die positive Botschaft war, die ich mitgenommen habe, nein, Angst haben die alle nicht. Also die sagen schon ganz klar, KI ist eine große Hilfe, aber es braucht eben weiterhin die menschlichen Expertisenträger, die eben steuern, die das überprüfen und die am Ende auch dirigieren und am Ende auch sehr viel wahrscheinlich noch selber programmieren. Also das ist so ein bisschen so das Stimmungsbild, was ich an diesem ersten WWDC-Tag, an diesem Montag hier in Kalifornien so mitgenommen habe. Ja, schön. Dann schauen wir mal, was aus Apple und der WWDC sonst noch so rausfällt. Wie du gerade gesagt hast, fängt ja erst an, auch wenn natürlich der Hauptteil, der nach außen gestrahlte Hauptteil schon vorbei ist und all diese Neuerungen schon durch sind. Aber aus den Entwickler-Sessions ergeben sich ja durchaus immer mal wieder auch interessante Einblicke, obwohl man hat ja dieses Jahr gehört, dass offensichtlich irgendwie an den APIs sich gar nicht so viel getan hat. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt noch sehen werden. worauf Apple da den Fokus dann in den Sessions richtet. Aber wahrscheinlich ist auch mit dem Apple Intelligence und dem ganzen Drumherum gibt es, glaube ich, auch viele andere Elemente, die diesmal Erklärungen benötigen und Carplay 2 und all diese Sachen. Auch da gibt es schon erste Sessions zu. Also da gibt es sicher interessante, sicher viele interessante Sachen, sich anzuschauen und anzusehen und anzuhören, wenn man an dem Klima grundsätzlich interessiert ist. Ja, und wir sprechen natürlich auch darüber. Ich denke mal, vieles, was wir hier jetzt noch sehen werden oder was wir schon gesehen haben, wird uns mit ja auch die Diskussionen und die Themen in den nächsten Wochen und Monaten beeinflussen. Und das ist sozusagen die Brücke, dass wir sagen, dass das dieses Jahr die 74. Folge des Mac and I Podcasts war. Der Blick, sag mal, der ganz frische Blick auf die WWDC 2024 und das, was uns jetzt in den nächsten Monaten da blühen wird, sag ich mal, in Sachen Software und Neuerungen von Apple. Ja, Leo, hat mich wirklich gefreut. Auch jetzt so, ich muss ja auch sagen, ich finde das immer sehr angenehm, auch von hier aus dann dieses Gespräch mit Europa, diese andere Perspektive auf die Dinge, weil diese Unmittelbarkeit, die man ja immer bei diesen Apple-Events generell oder hier, sag ich mal, am Stammsitz generell hat, das nochmal so auch diese andere Perspektive zu sehen und in Einklang zu bringen. Also das ist immer sehr, sehr bereichernd, das hier auch schon vor Ort dann zu haben, so diesen Perspektivenwechsel. Ja, ja, es ist schön, das aus allen möglichen Seiten beleuchten zu können und auf der einen Seite, man sieht, genau, von außen sieht man nochmal anders drauf, als wenn man direkt vor Ort ist, aber dafür hast du natürlich da auch nochmal ganz andere Einblicke. Also das ist eine schöne Kombination. Ja, Malte, dir eine gute Zeit, einen hoffentlich besseren Rückflug als beim letzten Mal und ja, dass wir uns dann natürlich auch pünktlich in zwei Wochen hier wieder zusammensetzen können für eine nächste Folge vom Mac and i Podcast. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.